Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Lisa und ich zeichne den Webcomic Magical Girl Indigo, den ihr auf tapas.io gratis lesen könnt. Wenn ihr Bock auf Fantasy-Manga mit Girl-Power und Bollywood-Flair habt, solltet ihr das nicht verpassen. Außerdem quatsche ich mit Freunden im Panel-Party-Podcast über alle Themen rund ums Comic-Zeichnen. Hört doch mal rein. Auf Social Media findet ihr meine Zeichnungen unter dem Handel livanja. Und damit übergebe ich an die Comic-Cookies und wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Folge. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Herzlich willkommen wieder mal zu einer neuen Ausgabe der Comic-Cookies Folge 103 diesmal. Mein Name ist Andi und mit mir heute mit dabei der andere Andi. Servus Andi. Hallo Andi. Außerdem auch wieder mit dabei der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Der Breedstorm ist heute nicht mit dabei, aber wir haben uns Ersatz geholt. Und zwar ist heute als Gastrezensentin Nina mit am Start. Hallo Nina. Hallo, guten Morgen, guten Abend und gute Nacht. Wann auch immer. Wann auch immer ihr diese Folge anhört. Das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Geht's euch allen gut? Ja. Mein Rücken tut ein bisschen weh, aber ich bin auch ein alter Mann. Wir sind, äh, äh, außer Nina sind fast alle älter als du. Wann der Wunsch. Also, außer Nina sind fast alle älter als du. Ja, die Hälfte ist älter. Außer Nina bleiben noch zwei Menschen und davon sind fast alle älter als du. Also, ja. Ja, äh. Erinnert mich an meine Logikvorlesung vor Jahren. Die entscheidende Frage ist ja, wer von uns am ältesten aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da gewonnen habe. Ah, das glaube ich nicht. Also, ich hatte noch die Rücken-OP vor ein paar Jahren. Wenn, dann darf ich mich beschweren. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht natürlich wie immer um Comics. Aber bevor wir in die Besprechung der Comics gehen, die wir heute so mitgebracht haben, haben wir noch ein paar andere Themen zu besprechen. Aber ganz vorneweg, nachdem wir jetzt heute Nina hier mit in der Folge haben. Und ich glaube, du warst noch nie in irgendeiner Comic-Cookies-Episode mit dabei in der Vergangenheit. Und es ist jetzt auch das erste Mal seit diesem Neubeginn in neuer Besetzung, den wir letztes Jahr gestartet haben, dass wir überhaupt einen Gast in der Folge haben. Darum, Nina, stell dich doch bitte mal unseren Hörern und Hörerin mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du heute hier? Genau, ich bin Nina. Ich bin bei den verschiedenen Podcasts mit dabei, unter anderem dem Telestammtisch. Daher kenne ich den einen Andi und den Patrick. Da bespreche ich Filme. Aber damit habe ich auch angefangen sozusagen. Ich habe meine Anfänge beim Campusradio hier, wo ich wohne, gehabt. Und da habe ich halt sehr viele Filme immer besprochen und habe auch das Kino-Ressort da geleitet. Aber irgendwann dachte ich mir so, Moment, ich mag sehr gerne Superheldenfilme. Also sollte ich vielleicht auch mal Superheldencomics lesen. Ich habe auch früher ganz viele Comics gelesen, so Kindercomics. Also fange ich jetzt mit Comics an. Und seitdem habe ich fast nur noch Comics gelesen. Das ist irgendwie so fünf Jahre her, sechs Jahre her. Und da habe ich auch bei meinem Campusradio auch eine kleine Sendungs-Podcast-Reihe aufgemacht. Den Kunststoff-Spezial-Comic-Talk, den man beim Lernsender Enervision finden kann. Da laden wir unsere Folgen immer hoch. Da kann man die nachhören. Und genau, aber auch da auch im Campusradio noch ein Filmpodcast. Immer noch, weil man muss ja bei seinen Stärken bleiben. Da rede ich mit zwei Freunden immer über die neuesten Comics, äh Comics, die neuesten Filmerscheinungen. Und hatten fast zwei Jahre Pause, jetzt wegen Corona. Aber jetzt starten wir wieder, weil die Kinos ja wieder aufhaben. Der Klappencast ist das. Genau, der Klappencast. Das finde ich super interessant. Das wusste ich jetzt natürlich auch nicht von dir, dass du noch gar nicht so lange wieder Intensiv-Comics liest. Also du hast gesagt, etwa fünf Jahre. Beim Andi ist das ja, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Der ja auch erst vor ein paar Jahren dann gleich so von 0 auf 100 eingestiegen ist. Mit, ich lese wieder Intensiv- oder das erste Mal Intensiv-Comics, mache 100 Podcasts und moderiere alle Veranstaltungen der Nation. Also super spannend. Genau, ich habe jetzt mir auch neulich mal eine Folge vom Kunststoff angehört. Ich muss ehrlich zugeben, ich war da nicht versiert darin. Ich kannte die Sendung nicht, bis Andi dich hier eingeladen hat. Und ja, möchte ich empfehlen. Also ich fand das sehr, sehr angenehm. Ich kann ein ziemlicher Snob sein, wenn es um so Podcasts, also Comic-Podcasts und Film-Podcasts und Ähnliches geht. Also es gibt da, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht viele Formate, die ich mir auf Dauer gut anhören kann. Aber das, was ich da gehört habe, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, von daher möchte ich das auch tatsächlich nochmal mit empfehlen. Aber, äh, man findet das jetzt nicht, äh, in, in Apple Podcasts oder so, ne? Ne, das ist ein bisschen problematisch, weil, wie gesagt, das ist halt über NR Vision, wir sind Lensender. Über Google Podcasts finde ich das, aber Spotify habe ich das auch irgendwie nicht gefunden. Also wir machen es mal kurz. Ich habe den RSS-Feed hier auf dem Handy. Wer mich anschreibt, kriegt ihn mitgeteilt. Genau. Und kriegt den raus auf jeden Fall. Ich höre dir auch alle die Ausgaben. Und was man vielleicht mal besonders erwähnen muss, das ist ja nicht einfach nur ein Podcast, wo ihr über Comics redet. Ist ja quasi eine Radiosendung. Und wie es üblich ist, Radiosendungen, läuft da auch Musik. Und ich weiß nicht genau, wie ihr das macht, aber das ist eins der wenigen Male, wo ich die Musik laufen lasse. Normalerweise ist das im Radio echt nicht so mein Ding. Aber die Auswahl dort, und ich höre es, wie gesagt, als Podcast, vermutlich ist das alles GEMA-frei, was da läuft, ist mir absolut unbekannt. Und das ist ziemlich geil. Ja, also die Musikredaktion vom Campusradio, ich sage jetzt mal Herz 879, das ist unser Campusradio, ist richtig toll. Also wir sind auch gegen Dudelfunk. Auch für die normale, das ist halt auch das Spannende, beim Campusradio, bei Herz 879 läuft einfach nur Musik, den ganzen Tag, und zwischendurch sind mal Sendungen. Also wenn man ein bisschen Musik hören will, kann man da gut den Livestream einfach hören. Ja, wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken, dass man auf die Website auf jeden Fall kommt. Da kann man die ganzen Folgen anhören. Und genau wie der Andi gesagt hat, ich habe es dann eben auch so gemacht, man findet dann auf der Website auch den RSS-Feed, den man sich dann wiederum in seine Podcast-App dann einfügen kann. Und dann kriegt man die Folgen da auch runtergeladen. Selbst wenn man es jetzt über Apple Podcasts zum Beispiel nicht findet, dann kann man es aber über diese Lösung auf jeden Fall machen. Okay, cool. Also wunderbar, dass du da bist. Wir freuen uns auf die Gespräche, die jetzt da so kommen werden. Andi und Patrick wollten auch noch ein, nicht, dass ich jetzt das nicht wollte, sondern es gibt noch ein weiteres Thema, das diese Woche neu ist. Nur die anderen beiden sind da, glaube ich, etwas tiefer drin als ich. Andi, sag doch mal, was ist diese Woche passiert, was du hier jetzt erwähnen wolltest oder betrauern wolltest? Die ganz kurzfristig oder offensichtlich schon länger angekündigt, aber keiner hat es mitbekommen. Bei der Comic-Community, zu der die Comic-Cookies ja letztlich auch zählen, weil sie so eine Art Spin-Off sind, wenn man so möchte, werden ja seit Anno dazu mal die aktuellen Ausgaben der War Comics besprochen. Das ist eine Comic-Anthologie, die bei Plam Plam Productions erscheint und von uns, glaube ich, hier eine relativ uneingeschränkte Empfehlung bekommen kann. Nicht nur, weil die Menschen dahinter toll sind, sondern auch, weil die Auswahl der Comics, die dort präsentiert wird, sehr toll ist. Wer möchte, kann da gerne mal in die Rezension vom lieben Breedstorm reinlesen, der seit wirklich Jahren eben diese Ausgaben bespricht. Er bekommt die immer digital zur Verfügung gestellt und da hat er viele tolle Sachen zugeschrieben. Und das wird leider aber sicher eingestellt, das Projekt. Ich kenne jetzt keine genauen Hintergründe, aber ein ausschlaggebender Punkt ist wohl auch einfach, weil es sich nicht so verkauft hat, wie das gut wäre, dass ich es rechnen würde. Es ist natürlich ein Projekt, wo viele Leute drin sind. Meines Wissens werden da vom Torsten Brochhaus, der da Redakteur ist beim Plam Plam Productions, international Comic-InstallInnen angeschrieben und gebeten, was beizusteuern. Und da hat er sehr, sehr tolle, hochwertige Dinge auch eben am Start. Da fällt mir unter anderem vieles ein, was auch der Sascha Dirb zum Beispiel beigetragen hat oder auch viele andere, ich will es jetzt nicht alle aufzählen, die bekommen im Regelfall, weil man meines Wissens kein Honorar, ist aber eine ganz tolle Plattform, also so ein Community-Ding. Ich habe es immer sehr gerne gelesen und natürlich auch im Abo gehabt und fand es jetzt schade zu lesen, dass der Thorsten aka Bendrix, wenn man auf Twitter unterwegs ist, kennt man ihn, dass der das einstellen wird. Da gibt es wohl verschiedene Gründe, aber ein Grund wäre wohl, dass sie mal mindestens 50 Ausgaben pro Auflage zu wenig verkauft haben, was ich doch sehr schade finde. Aber wie es auch der Breedstorm so passend gesagt hat, das ist so ein Messe-Comic, die Messen sind weggefallen. Ich denke, ein Großteil der Leute hat es auch eben über die Messen gekauft. Ich hatte es auch im Abo, nachdem der Sascha Dirb da regelmäßig dann der Buddha von Berlin veröffentlicht hat. Aber man kennt sich da halt in dieser Community auch schon länger. Ich kenne die Leute noch aus dem Panini-Forum. Also da ist das schon gestartet, schon vor x Jahren, wo ich angefangen habe, die Comics zu entdecken und nebenbei dann immer wieder mit dem Christopher Gläuber und so geschrieben habe, wo das noch keine Anthologie war, sondern so lose War-Sachen, die dann erst später zur Anthologie wurden. Das hat eine lange Geschichte und es ist jetzt wirklich schade, dass das jetzt gerade endet. Anthologie sagen haben es immer schwer. Das ist so. Da ist natürlich, wenn es einfach jemand nicht von der Form der Anthologie zwingend Fan ist, sondern nur von bestimmten Zeichner, Zeichnerinnen oder Autoren, Autorinnen und das dann immer wechselt von Heft zu Heft oder so, alle paar Hefte. Es ist nicht leicht, sich mit sowas auf dem Markt zu behaupten. Es ist auf jeden Fall schade, klar, wenn sowas immer wegfällt. Ich muss dann ganz ehrlich auch sagen, ich habe ein paar Ausgaben. Ich bin keiner von den regelmäßigen Käufern gewesen. Ja, aber es ist um alles immer schade, was wegfällt. Und auch gerade natürlich solche Projekte, wo sich unterschiedliche Leute auch mal ausprobieren können und Leute mal Sachen veröffentlichen können, die jetzt nicht immer gleich ein ganzes Album gezeichnet oder geschrieben haben. Also ja, War-Comics. Ich würde sagen, sogar sowas bietet auch eine Plattform für Künstler, die gerade lernen zu zeichnen. Weil da wird ja auch immer getestet, haben die überhaupt einen langen Atem, so ein Album durchzuzeichnen. Bei vielen Zeichnern bricht das dann in der Mitte weg oder so. Und hier können sie sich austoben und über die Jahre perfektionieren. Und wir kennen dadurch eben auch einige Zeichner. Und ich finde es wirklich schade. Das war wirklich so ein kleiner Spielplatz für kleine Indie-Zeichner. Und dass das jetzt wegbricht, ist eben ziemlich schade. Aber ich denke, War wird dadurch trotzdem nicht, äh, ne, Plemplem wird dadurch nicht pleite gehen. Die haben ja mit Trachtmann immer noch einen beachtlichen Erfolg. Mindestens. Gut, also, dann sagen wir Tschüss und schön war's an War-Comics. Und kommen zu den Comics, die wir heute besprechen wollen. Wie immer hat jeder von uns zwei Comics mitgebracht. Die Titel nennen wir jetzt erst kurz mal reihum. Und dann gehen wir in die direkten Besprechungen. Nina, fang doch mal an. Nenn uns mal bitte die beiden Titel, die du heute mitgebracht hast. Genau, ich habe einmal den super langen Titel Laura Jean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht. Das ist ein sehr komplizierter Titel. Von Mariko Tamaki und Rosemary Valero O'Connell. Und dann habe ich noch auf einem Sonnenstrahl von Tilly Walden. Und das sind zwei meiner absoluten Lieblings-Comics dieses Jahr, die rausgekommen sind. Andi, was hast du dabei? Ich habe dabei heute ein absolutes Ralf-König-Special. Wir sprechen über Ralf-König, der bewegte Mann und die aktuelle Lucky-Look-Hommage, zarter Schmelz. Patrick, was kriegen wir von dir zu hören? Ich habe mich mal ein bisschen auf den Breedstorm-Trip begeben. Also ich habe für sieben Euro einen Vertrag mit Gott von Will Eisner geschossen. Und dann hat mir Andi noch den zweiten Band im Eisland von Christina Germann gegeben. Also heute mal recht kostengünstig. Das Wort Breedstorm steht quasi dafür, sich billig gebraucht Comments zu kaufen. Mal wieder was gebreedstormt. Sehr interessant. Okay, ich habe zwei Comics natürlich auch mit dabei. Und das eine ist der zweite Band aus der aktuellen Thor-Reihe bei Panini-Thor-König von Asgard von hauptsächlich Nick Klein und Donny Cates. Und dann die komplette Reihe Gang Ho von Thomas von Kummert und Benjamin von Eckertsberg bei Crosscult. Da erschien jetzt zuletzt der abschließende fünfte Band. Das habe ich zur Gelegenheit genommen, die komplette Reihe nochmal von vorne bis hinten durchzulesen beziehungsweise zu Ende zu lesen und werde das dann heute mit besprechen. So, dann starten wir doch direkt los. Nina, stell uns mal deinen ersten Comic vor. Genau, ich fange mal mit Tilly Walden an, auf einem Sonnenstrahl. Das Interessante daran ist, das ist ihr erster Comic, so wie ich das verstanden habe. Sie arbeitet schon seit sie Comics zeichnet, arbeitet sie an diesem Comic. Sieht man auch, das ist ein mega flatter Klopper. Ja, irgendwie, was sind das, 500 Seiten, 535 Seiten oder so. Und es ist eine, würde ich mal sagen, eine queere Space Opera Utopie. Weil es geht nämlich um Mia und sie ist das neueste Mitglied an Bord eines Raumschiffs, dessen Mannschaft zerfallene Weltraumarchitektur restauriert. Die Besatzung wird für Mia schnell zu einer zweiten Familie, doch die Erinnerung an ihre Zeit im Internat, als sie sich in die geheimnisvolle Schülerin Grace verliebt, lassen sie nicht los. Zusammen macht sich die Crew auf einer, äh, sich auf zu einer gefährlichen Reise ans Ende der Galaxis. Und, ähm, dabei wird halt immer zwischendurch gewechselt zwischen Mias Zeit im Internat und ihre Geschichte mit Grace und wie sie halt später mit diesem, äh, mit dieser Mannschaft im Raumschiff da halt durch die Gegend tingelt und dann sich, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel darf ich spoilern? Äh, immerzu. Gut, ähm, weil sie macht sich dann halt auf den Weg, Grace zu suchen, weil irgendwann wird Grace einfach abgeholt von ihrer Familie und Mia will einfach Grace wiederfinden und zusammen mit ihrer neuen Familie macht sie sich auf den Weg ans Ende der Galaxis, wo auch dann Grace irgendwo zu finden ist. Und es ist einfach eine so wunderschöne Geschichte und ich finde Tilly Waldens Zeichenstil ist so, so träumerisch. Ah, es ist einfach, ah, 530 Seiten, die ich wirklich, glaube ich, innerhalb von 20 Minuten durchgelesen habe, weil ich es einfach nicht außer Hand lassen konnte. Und dann habe ich nochmal gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Hast du von Tilly Walden auch was anderes schon gelesen? Ja, ich hatte West-West-Texas von ihr gelesen. Das ist, glaube ich, vor zwei Jahren oder sowas auch bei Reprodukt erschienen. Und da habe ich mich schon in ihren Zeichenstil verliebt und ihrer Art und Weise irgendwie Geschichten, so magische Geschichten zu erzählen, die aber doch ein bisschen, so dieser magische Realismus, den man so aus der gehobenen Literatur, würde ich mal sagen, kennt. Und das streibt sie auf einem Sonnenstrahl so auf die Spitze, weil es wirklich einfach eine, ja, die wohnen halt im Weltraum, fliegen da mit Raumschiffen durch die Gegend, die aussehen wie Wale, die wirklich halt so aussehen, als würden sie im Meer schwimmen, aber halt im Weltraum. Und ja, restaurieren Weltraumarchitektur, wo man sich denkt, okay, gibt es Planeten? Nein, anscheinend sind das halt nur Gebäude. Was sind das für Gebäude? Warum sind die Gebäude da? Und es ist halt wirklich so, du wirst da reingeworfen in diese Welt. Es gibt keine Erklärung, es gibt keine so, hier, wir sind im Jahr so und so, das ist die Galaxis so und so, Planet so und so. Nein, es wird einem einfach gesagt, hier, Raumschiff, die machen das und das und ja, lest mal. Und das finde ich halt, wenn das klappt, ist das meine Lieblingsart von Science Fiction. T.D. Walden ist ja so seit einigen Jahren so ein Darling des Feuilletons auch oder überhaupt, das so, weiß ich nicht, anspruchsvoller Comic ist, glaube ich, auch nicht so richtig das Wort dafür. Aber in so einer bestimmten Szene ist Tilly Walden so ein Shootingstar, ist ja auch sehr, sehr jung auch. Aber tauchte anscheinend schon sehr, sehr fertig irgendwie auf, so mit ihren Comics. Also hat, glaube ich, soweit ich das sehe, sehr schnell sehr viel Anklang gefunden. Kann das offensichtlich schon sehr gut. Gut, ich muss zugeben, ich habe noch keinen gelesen, sie, Tilly Walden's Comics sind so relativ weit oben auf der Liste. Bei mir muss ich endlich mal was von lesen. Gerade auch West West Texas war eben auch einer, der mich da stark interessiert hat. Das kam einfach immer noch nicht. Wir kennen das, glaube ich, alle. Wir haben alle so unsere Listen, was wir irgendwie nochmal, wozu wir irgendwann mal noch kommen wollen und das dann nicht schaffen. Und ja, immer, ich habe einige Sachen über sie gelesen und Interviews mit ihr gelesen und solche Sachen. Und ich finde die super spannend. Kam, wie gesagt, leider einfach noch nicht dazu. Andi, hast du von Tilly Walden schon was gelesen? Nee, aber ich habe auch schon lange dieses, glaube ich, Pirouetten oder so heißt das, was sie da, wo sie viel Aufmerksamkeit für bekommen hat, hier auf dem Schirm. Das ist bei mir auf dem Tablet. Und soll ich sagen, das ist eine von diesen Comics der Liste, die du gerade erwähnt hattest. Tilly Walden, glaube ich, ist aber auch so eine Person, die ist so vor drei, vier Jahren in einer Bubble irgendwie so richtig jetzt aufgeschlagen. Wisst ihr, seit wann die schon so wirklich was veröffentlicht? Nina, weiß nicht. Die Pirouetten ist, glaube ich, von 2018. Oder halt zumindest in Deutschland hier entschieden, 2018. Also wirklich, wirklich frisch alles. Und das war auch ihr Debüt. Obwohl sie halt dann auf einem Sonnenstrahl, ich glaube, das war ein Webcomic, ist auch immer noch ein Webcomic, kann man im Internet lesen für umsonst. Aber ist jetzt als Buch erschienen. Und wenn ich eine Kritik hätte, ich hätte gerne diesen Comic als übergroß, so ein Splitter-Format gehabt. Verstehe. Weil das ist halt jetzt so ein Buchformat und dadurch wirken manche Zeichnungen ein bisschen klein. Aber wunderschön. Ich habe auch mir einfach einen Screenshot gemacht von einem Panel und das als Desktop-Hintergrund. in meinen Laptop genommen und das ist einfach so wunderschön, wie dieser Wahlraumschiff einfach so durch irgendwie Wolken durchschwebt. Und ach, wunderschön. Wenn man so durchklickt, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob da, sag ich mal, genug Details drin sind, die das hergeben. Also ich habe hier und da mal eine Wand gesehen, die sieht schon sehr technisch aus und da sind ganz viele tolle Details zu erkennen. Aber so im Großen und Ganzen ist es eher flächig und natürlich mal ein weißer Punkt und noch ein weißer Punkt, also Sterne, wenn es um den Weltraum geht. Aber ob da jetzt das Großformat, weiß nicht. Wenn du sagst, das ist ein Punkt, dann müsste ich mir das echt mal in die Hand nehmen. Ja, ich finde, also klar, es ist halt nicht so detailreich, also nicht realistisch, würde ich mal so sagen. Aber so wie sie mit Farben und mit Formen uns spielt, dass es, also es gibt teilweise so Doppelseiten oder Einzelseiten, wo man sich denkt, Alter, einfach ausdrucken und an der Wand hängen. Und das ist einfach so wunderschön, auch weil sie spielt sehr viel mit so Einfarben, also Einfarbigkeit vielleicht. So, dass es halt schwarz-gelb ist und dann noch eine Farbe oder schwarz, so ganz zartbläulich und dann noch eine knallige Farbe. Und das ist halt, finde ich, so spannend zu sehen, weil vor allem damit arbeitet sie auch mit den Zeitdebnen, sodass man ein bisschen wenigstens so weiß, okay, jetzt sind wir wieder im Internat, jetzt sind wir wieder auf dem Raumschiff. Und es ist wirklich einfach, ah, na, wunderschön. Ich liebe diesen Comic und ich werde den, glaube ich, auch immer wieder empfehlen, wenn es darum geht, was sollte ich lesen, wenn ich vielleicht einen Comic lesen sollte. Ein 500-, 600-Seiten-Comic im Splitter-Hardcover ist natürlich auch, da kann man schon mal einen mit erschlagen oder sich einen Bandscheibenvorfall holen, wenn man den dann nach Hause trägt. Ich glaube, sogar Splitter wird das eher splitten, also als Zwei-Hardcover bringen. Bestimmt. Aber es ist nicht so schön. Leider nicht. Ich habe mich hier jetzt auch durchgeklickt. Bei Science-Fiction bin ich ja sowieso zu haben. Und bei dieser Schattierung oder bei diesen Farbspielereien, da habe ich so leichte Mignola-Vibes, also mit dem Auslassen von Flächen und so. Es hat so leichte Vibes. Und ich mag Science-Fiction hier. Das klingt ein bisschen verträumter, auch mit den Walen und so. Und es klingt jetzt auch nicht so, als würden sich diese 500 Seiten nach so einem 500-Seiten-Klopper anfühlen, sondern dass man das so quasi durchliest und dann merkt, oh shit, ich habe jetzt 500 Seiten gelesen. Was ja auch eigentlich angenehm ist, wenn das so ein Page-Turner ist. Ja, das ist auch vor allem, du hast so viel Raum für so Meditatives, habe ich das Gefühl auch. Es gibt sehr wenig Text. Es gibt halt Dialoge und so, aber diese Erklärtext, wie man halt vielleicht das so ein bisschen kennt von, wenn man halt so ein Worldbuilding macht, gibt es halt nicht. Deswegen gibt es sehr viel Lehre. Und auch dann so diese Weltraumlehre. Und das ist halt einfach wirklich, ach, wunderschön. Also ist das eher so verträumte Science-Fiction? Genau. Mit so einer Welt, die man sich über die Details erarbeiten kann, wenn man will. Aber du kriegst hier nicht den Erklärbären aufgebrummt, sondern kannst dich da rein, Freeman, wenn du willst. Und das ist nach Freundin, mit der ich da auch in einem anderen Podcast drüber geredet habe, ihr ist es gar nicht aufgefallen, aber das ist eine Welt ohne Männer. Es sind alles Frauen. Also es sind alles Frauen. Es gibt anscheinend, also ich weiß nicht, ob es Männer gibt. Es wird auch nicht angesprochen. Es gibt eine nicht-binäre Figur. Und ansonsten sind die Figuren halt weiblich. Und macht das irgendwas mit der Stimmung oder der Atmosphäre? Oder den, ja, macht das irgendwas damit? Also ich habe das so interpretiert, also es gibt halt keine Schlachten, es gibt keine Intrigen, es gibt keine, also es ist halt einfach verträumt, friedlich und vor allem auch sehr romantisch. Weil diese Liebesgeschichte zwischen Grace und mir, es steht halt voll im Vordergrund, aber auch die anderen Figuren in diesem, die Besatzung von diesem Raumschiff, die haben auch alle ihre eigenen Gefühle, Gedanken und die sind halt alle auch ausgefeilte Figuren. Aber es gibt halt nicht so die großen irgendwie Streitereien um Liebe oder so, sondern es ist halt einfach so wirklich so eine Familiendynamik ohne wirklich viel, ja, viel Stress, würde ich sagen. Männer sind nur Stress. Ohne Stress gibt es doch gar nicht. Nice. Wunderbar. Also das ist eine dringende Empfehlung von Nina und ich glaube, wir alle hier, wenn wir nicht sowieso schon vorher an Tilly Wallen interessiert waren, sind es jetzt auf jeden Fall noch mehr. Andi, kommen wir zu Ralf König und einem Urgestein des deutschen Comics. Welchen stellst du zuerst vor? Ich beginne dann auch mit dem Klassiker, einem seiner Klassiker, also wahrscheinlich ist es der Klassiker von ihm, nämlich Der bewegte Mann von Ralf König. Und dass es heute so ein Special dieser Art kommt, ist irgendwie auch ein bisschen zufällig, denn, also den Lucky Luke, den ich nachher vorstellen werde, den hatte ich eh auf dem Schirm, weil ich dem Ralf auf Facebook und Co. folge. Er hat jetzt zuletzt in Zusammenhang mit der Veröffentlichung davon und auch im Zusammenhang mit seinem aktuellen Werk Verwirrt Zeiten. Das ist eine Zusammenfassung seiner Cartoons mit seinen beiden Hauptfiguren, die er immer zeichnet. Da hat er so Cartoons im Netz und das Ganze gibt es jetzt auch gedruckt. Ich glaube auch wieder bei Rororo, also beim Rowold Verlag. Aber Der bewegte Mann, den kannte ich eigentlich, wenn überhaupt, aus Jugendzeiten noch als Film. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir haben vor kurzem hier, den gibt es auf Netflix, reingeschaut. Und dieser Film, zu dem man, glaube ich, viel erzählen könnte, unter anderem, dass Ralf nicht annähernd das Geld für diese Vorlage gekriegt hat, die er hätte kriegen müssen. Ich glaube, er ist sehr schlecht zu sprechen, auch auf den Film. Ist Der bewegte Mann letztlich nur einer von zwei Teilen, die es gibt, wenn man über den Film sprechen möchte. Denn das ist ja eigentlich, ist es so ein Doppelteil. Und der Comic selbst, der lag in so einer Telefonzelle, also im Bücherschrank viel eher. Das kennt man vielleicht aus verschiedenen Städten und Dörfern, wo Leute quasi Büchereien tun können. Du kannst dir die mitnehmen. Und so muss man Bücher nicht wegschmeißen, wenn man das nicht unbedingt möchte. Ich persönlich finde das ziemlich cool. Bin da dran vorbeigelaufen und gucke immer, ob es da nicht vielleicht irgendwas gibt, was mich interessiert. Insbesondere natürlich bei Comics gucke ich da gerne mal rein oder auch Kinderbücher oder so. Und dann strahlte mich da plötzlich Der bewegte Mann und übrigens auch noch drei Werner Comics an. Die habe ich natürlich alle mitgenommen. Also hast du den Breedstorm gemacht? Ich habe den, ich habe den Breedstorm, genau. Und dann halt eben einfach zugegriffen bei Der bewegte Mann. Hat da schon viel von gehört. Aber wie gesagt, den Film Alles andere als Parade in den Comic hatte ich nie gelesen. Ja, und letztlich geht es um, es ist wie gesagt der erste Teil einer Geschichte, einen Typen, ich möchte einfach hier gerne mal die Rückseite vorlesen. Axel ist ein etwas verunsicherter, möchte gern bewegter Mann. Die Probleme mit seiner Freundin Doro meint er mit einem wohl inszenierten Selbstmorddrama lösen zu können. Doro aber durchschaut dieses Spielchen und hat die Faxen dicke. In seiner Männergruppe versucht Axel wieder heil zu finden. Dort lernt er auch Walter, genannte Waltraut kennen, die als Gast über das Schwulsein referiert. Und dann geht es weiter. Also das ist so ein bisschen auch der Einstieg, den man erzählen kann. Und da ich den Trailer zum Film gesehen hatte, war ich ganz überrascht, was alles nicht in diesem Comic drin ist. Aber wie gesagt, gibt es einen zweiten Teil. Und es ist halt echt ein cooles Ding. Also grundsätzlich erst einmal sind das extrem glaubhafte Charaktere. Ja, das sind bei Ralf König nahezu immer homosexuelle Männer. Soweit ich das weiß. und Frauen sind jetzt hier in dem Comic, die Doro ist halt so eine, die ist halt von ihm enttäuscht, halt die Ex-Freundin. Und der Hübsche, der Typ, auf den Waltraut, also Walter total steht, der ja auch im Film von, wie heißt er hier, Till Schweiger gespielt wird, sind alles total faszinierende Charaktere. Und was von Anfang an auffällt, mir auffällt, ist, wie extrem natürlich und glaubhaft hier diese Dialoge sind. Du hast diese Männergruppe. In dieser Männergruppe, das sind Freunde, irgendwann in den 90ern wird das spielen, die haben halt schon irgendwie Bock aus ihren Ritualen, aus ihrem Männerbild auszubrechen, wollen jetzt nicht unbedingt so ganz klassisch der klassische, konservative Mann sein, also dieses Rollenbild passen, diese Schublade passen. Sie sind zumindest daran interessiert, eben auch ihren Frauen irgendwie entgegenzukommen. Hier geht es zum Beispiel eben, er wird ganz detailliert, relativ detailliert, dann auch in diesen Runden über klitoralen Orgasmus, vaginalen Orgasmus gesprochen und das Ganze halt eben auf so eine Art und Weise, wie ich mir durchaus vorstellen könnte, dass in den 90ern Männer ungefähr diesen Alters, die werden so um die 30 sein, zusammensitzen und sich so ein bisschen selbst finden müssen. Vielleicht auch verunsichert sind in irgendeiner gewissen Art und Weise von dem, was die Gesellschaft von denen erwartet. Und aus genau dem Grund haben sich eben auch zur Horizont-Erwalterung dann Walter, aka Waltraut, dazugeholt, um halt auch mal einen Schwulen kennenzulernen und auch mal mit einem Schwulen zu sprechen. Das war in den 90ern alles, glaube ich, noch ein bisschen verklemmter und schwieriger. Und das ist die eine Seite so ein bisschen und auf der anderen Seite eben ja die ganze, wenn man so will, der ganze Umgang der homosexuellen Männer hier in diesem Buch. Und das ist einfach absolut herrlich und toll zu lesen, die jetzt in dem Buch sich relativ oft auch als Frauen verkleiden. Das ist, glaube ich, aber mehr so ein Party-Gag. Die nennen sich zwar auch privat Walter und Waltraut, also mit den Frauennamen sprechen die sich an, aber ich finde es alles absolut lustig und skurril und gebe dem allein deshalb Vorschusslobbären in Sachen Glaubhaftigkeit, weil es eben von Ralf König kommt, der ja auch offen homosexuell ist und da, denke ich, auch ganz andere Einblicke hat und ganz offener und ehrlicher schreiben kann, als wenn ich mir jetzt versuchen müsste, zu erklären oder das Sehen zu konstruieren. Also kurzum, alles super glaubhaft, alles super gut und vor allem lustig, zu keinem Zeitpunkt unangenehm aufgesetzt sondern ich kann mir vorstellen, dass in gewissen Kreisen Menschen so miteinander interagieren. Das macht mir super viel Spaß, wenn dann eben auch der Moment passiert und das ist so ein bisschen der Trigger für die eigentliche Handlung, wo der Hübsche, der Axel in diese Runde kommt, wo schon unser Walter aka Waltraut sitzt und das so lieber auf den ersten Blick seitens Waltraut oder Walter ist. Das ist total irgendwie, das ist super putzig und dann führt dieser, dieser Axel wird dann eingeführt in diese Schwulen-Szene, in der letztlich der Großteil des Comics spielt und dann gibt's da noch einen anderen Schwulen, der aber viel mehr letztlich in den Axel verschossen ist und dann gibt's da auch so ein bisschen so Dreiecks-Dingsbums, aber Axel ist zu keinem Zeitpunkt eigentlich wirklich an einem der anderen Männer interessiert, macht aber klar, dass er in seinem Leben schon einmal homosexuelle Erfahrung gesammelt hätte und ohne jetzt vielleicht auch zu viel zu spoilern, aber die Grenzen verschwimmen da alle ein bisschen, werden alle ein bisschen aufgeweicht und das ist alles, das ist super, das ist herzlich, das war echt schön, das so zu lesen. Es ist zu keinem Zeitpunkt langweilig, du hast das Ding mit seinen grad mal, was sind das, 120, ja genau, ziemlich genau, 120 Seiten ratzfatz durchgelesen, wer also zum Beispiel die Cartoons von Ralf König aus dem Netz kennt, der weiß, wie schnell man das so durch hat und das ist hier bei dem Comic auf jeden Fall der Fall, ich hätte schon auch Bock auf den zweiten Teil der Pretty Baby glaube ich heißt, nur wenn das sich dann auch eher nur noch um den Axel und seine dann Spoiler-Wiederfreundin handeln würde, wäre es mir zu wenig, also ich fände es schon cool, wenn dann auch die ganzen homosexuellen Charaktere, die man innerhalb von der 120 Seiten wirklich sehr lieben lernt irgendwie, wenn die auch im zweiten Teil stattfinden würden. Den Film selbst, wie gesagt, da habe ich jetzt reingeguckt vor kurzem mit meiner besseren Hälfte, das war alles ganz cool, alles ganz nett, da wird im Trailer halt schon ein bisschen was vorweggenommen, was dann auch im Comic zum Beispiel noch gar nicht aufgetaucht ist und ich weiß, ich glaube den Film den knicke ich mir, es gibt längere Gespräche und Interviews mit Ralf König, wie er quasi nicht die Tandien bekommen hat für die Buchvorlage, die dem ganzen Film gedient hat und das ist schon irgendwie alles nicht so geil und von mir aus kann ich da aber trotzdem für die Buchvorlage eine tolle Empfehlung geben, meines Wissens erscheint fast alles von Ralf König beim Rowold Verlag und da stand ich vor kurzem, als ich mit Patrick getroffen habe, darauf wird er später bestimmt nochmal zu sprechen kommen, wir hatten vor kurzem wieder die Gelegenheit, haben wir uns zuerst im Comicladen getroffen und da stand ich vor einer Wand von Ralf König Comics, also ist gerade glaube ich recht begehrt und beliebt, was er so macht, unter anderem eben auch wegen seiner aktuellen Lucky Luke Hommage und es gibt eine Menge tolle Dinge von ihm, ich habe wie gesagt auch reingeschaut, mal durchgeblättert bei verwirrte Zeiten, ich weiß gerade nicht, wie seine beiden ProtagonistInnen da heißen, aber das ist auf jeden Fall alles ganz toll, was er macht und auch der bewegte Mann macht Spaß. Nina, der bewegte Mann ist ein echter Klassiker, hast du den gelesen? Nein, also jetzt, wo du die Handlung zusammengefasst hast und darüber geredet hast, worum es geht, wie das alles irgendwie dargestellt ist, hätte ich gedacht, das ist jetzt vor vielleicht zwei Jahren rausgekommen und nicht vor fast 35 Jahren. Das ist halt echt, hier auf der Seite steht 87 ist das erschienen, wo ich mir denke, Alter, was soll das, also warum war man damals schon so woke, so, ne, so, das Ding erschienen, das erschienen im Rahmen einer Reihe, diese Reihe ist wohl, Roroman nannte sich damals diese Reihe, da ging es wohl generell um dieses Thema Selbstentdeckung des Mannes und halt so ein bisschen so aufbrechendes Patriarchat und so steht hier auch vorne im Eingangsbereich. 87, ja, das ist halt so. Warum das jetzt bei Rofold gerade so, keine Ahnung, aber es ist schon, um es einzuordnen, das war also Teil eines Experiments, wenn man so möchte. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, das, weil es ist halt wirklich so komplett ab von diesem, was man jetzt heutzutage toxische Männlichkeit nennt, so, dass man halt darüber redet, wie man irgendwie mit seinen Frauen, mit seinen Partnerinnen halt umgeht, dann auch noch, dass ein schwuler Typ dazu kommt und der nicht irgendwie, klar, das ist halt, ist glaube ich dann bezeichnet, dass es von einem homosexuellen Mann halt auch geschrieben ist, dass er halt nicht den, mit der Klischeekeule da irgendwie durch die Gegend haut, aber das, das bricht gerade mein, mein Gehirn auseinander, dass es halt schon so alt ist und dass es halt darum geht, weil ich hatte da immer so gedacht, ah ja, ich kenne halt die, also ich kenne im Sinne von, ich habe mal von der Filmadaption gehört, aber ich dachte mir so, ah ja, okay, ist wahrscheinlich so, Til Schweiger wird wahrscheinlich als so, nicht wirklich lustig, aber jetzt habe ich wirklich Bock mal den Comic zu lesen, krass. Hast du irgendwas anders von Ralf König gelesen, Nina? Nee, ich finde ihn auch nur so, als, als so Cartoon-Mensch, mal kleine kurze Sachen. Als der Angi so drüber gesprochen hat, habe ich mich das eben auch gefragt, wie, wie Ralf König überhaupt so wahrgenommen wird, auch von einer jüngeren Generation von LeserInnen, wird Ralf König gelesen von jungen Menschen oder er gehört ja in so eine gewisse Generation rein, aus, ja, die vielleicht ähnlich alt sind, wie er, also ich bin ja jetzt hier ein bisschen älter, Ralf König war irgendwie schon immer da im deutschen Comic, auch in, also ich bin jetzt auch nicht so alt wie Ralf König, aber in meinem Comic-Bewusstsein war er schon immer da, ich habe ihn allerdings auch erst spät gelesen dann, das war so vor ungefähr 15, Jahren, habe ich mal so gedacht, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt hole ich mir mal so aus der Bücherei so einen Ralf König nach dem anderen, Bewegtmann habe ich glaube ich nicht gelesen, wenn ich mich recht entsinne, aber ich glaube, Konrad und Paul sind glaube ich die, das ist richtig, genau, also da gibt es ja diverse Bände mit den beiden Figuren, da habe ich also einige gelesen und ich, ich fand den dann auch wirklich gut, also mir hat der gut gefallen, gut klar, den, den Strich muss man mögen, ich finde, er könnte für sein Lettering gerne auch mal einen dünneren Stift benutzen und nicht den gleichen dicken Stift wie für alles andere, also Ralf König ist halt immer dicker Filzer und irgendwie los geht's, da, da verschmieren gerne auch mal Buchstaben dann im, im Lettering, aber an sich kann der Typ schon echt erzählen und kann gute Dialoge schreiben und auch witzige Geschichten, aber auch mit, mit gewissem Tiefgrund, der war dann ja auch mal ein bisschen in der Kritik, wenn ich mich recht entsinne, für seine, seine Geschichten, die irgendwie auch was mit, mit Islam zu tun hatten und so, aber er hat eine, ja, eine lange Geschichte hinter sich, wo er viele verschiedene Sachen gemacht hat und jetzt Lucky Luke irgendwie nochmal was komplett Neues auch, haben wir dann ja später noch was dazu, also ich denke schon bei Ralf König, da kann man mal hingucken, wenn man sich mit, mit Comics beschäftigt und sich vielleicht auch für deutschen Comics interessiert, Andi? Ich würde gerne einfach noch ein paar Zahlen ergänzen, weil ich gleich auf der ersten Seite jetzt hier, anscheinend habe ich hier sogar aus diesem, aus diesem Bücherschrank, die Originalausgabe, hier steht jetzt, dass das, man muss die Zahlen mal vor Augen halten, was wenn jetzt Panini einen richtig dicken Batman-Heft, ein Heft verkauft, die Hefte, die haben, wenn sie richtig gut laufen, haben die eine 15.000er-Auflage, das sind die Hefte, so eine, so ein Paperback, wenn die 500 bis 1000 bis 1500, dann ist das so die Einordnung für eine Auflage, für gut laufenden Superhelden, ne, also bei unseren Graphic-Novels nochmal eine ganz andere Hausnummer, außer steht Karlsson drauf, aber kurzum, hier hat das Ding in der Originalauflage, die offensichtlich auch, das wurde weitergeführt, für die Originalauflage, in der gleichen Art und Weise weitergedruckt, und das hier ist die März 1990 Ausdruck, und das war eins der Ausgaben zwischen 81 und 100.000 von Der bewegte Mann, das ist schon ganz schön krass, also das, weiß ich nicht, ob es da, ich weiß nicht, ob das der erfolgreichste deutsche Comic ist, den es gibt, keine Ahnung, aber er ist bestimmt in den Top Ten dabei, wäre ich jetzt nicht überrascht, ja, krass. Ralf König ist da insofern ja auch irgendwie so eine Ausnahmeerscheinung, eben, dass er überhaupt bei so einem Verlag auch erscheint und das auch durchwegs seitdem, also das, das kann man auch nur durch Verkaufszahlen auch irgendwie rechtfertigen, also wenn er solche Zahlen nicht bringen würde, dann wäre er auch nicht all die Jahre bei Rowold erschienen, irgendwann ist dann auch tatsächlich mal, ich weiß nicht mehr genau, welcher seiner Comics, das war auch, auch direkt als Hardcover erst mal erschienen, also das ist ja so im Literaturbereich, so die guten Bücher erscheinen erst mal im Hardcover und dann vielleicht irgendwie zwei Jahre später dann mal im Softcover, die ganzen Comics von Ralf König sind alle generell im Softcover erschienen und bei irgendeinem Comic war es dann mal so weit, wo dann auch die erste Flage im Hardcover dann rauskam, also da ist das schon eine besondere Nummer. Es gibt gerade sauviele Interviews mit dem Ralf, googelt ihn mal, ganz tolle Videos, das ist jetzt mal der Exkurs zum Ralf König. Patrick, deine Erfahrungen mit Ralf König? Ich habe mir jetzt öfter bei, wie heißt es, der Comic-Talk mit Hella von Sinnen wahrgenommen und meine Erfahrung mit ihm ist auch relativ spät eingetreten. Ich kann noch als kleine Ergänzung hinzufügen, es gab nicht nur einen Film von Bewegtem Mann, äh, der Bewegtem Mann, sondern es gab auch noch so eine semi-gute, naja, nicht wirklich gute Comedy-Serie auf RTL, Bewegte Männer, da ging es dann um eine Männer-WG, also RTL-Comedy, man kann sich schon vorstellen, was da passiert ist und ich kann verstehen, dass er da genervt ist, aber ich würde sagen, dieser Till-Schweiger-Film hat das, äh, hat Ralf König zumindest in ein kollektives Bewusstsein gehievt. Die PR kann man ihn zumindest nicht mehr nehmen. Ich habe den dann vor ein paar Monaten zufällig bei diesen Horror-Comics gesehen, da hat er einen Frankenstein rausgebracht. Stimmt. Den habe ich mir dann genommen, das war so mein erster Kontakt mit Ralf König, einen Frankenstein-Comic und ja, ich habe das jetzt anhand von diesem Frankenstein-Comic und an Lucky Luke gemerkt, er kann authentische Figuren schreiben, ohne dass die zu sehr in Zickereien abdriften, was man bei der Art Comics vielleicht erwarten würde. Er schreibt authentische Charaktere, die man mag, wo das auch nicht aufgesetzt wirkt, sondern eben vielleicht, weil er da aus Lebenserfahrung schreibt, wirklich schön authentisch und lustige Comics schreibt. Also ich war da auch angefixt und ich hoffe, dass der Lucky Luke den jetzt nochmal einer neuen Generation in ein Bewusstsein ruft und dass man sich da jetzt deswegen noch ein bisschen mehr mit seiner Comic-Grafie auseinandersetzt. Also ich würde sie gönnen. Ich kann da auch immer nur appellieren, ganz generell, jetzt nicht nur beim Comic, auch bei Film etc., wenn man sich für solche Medien interessiert und sich auch ein bisschen intensiver und ernsthafter damit auseinandersetzt, nicht zu vergessen, auch in die Vergangenheit zu gucken, auch wenn man, also vielleicht bin ich hier jetzt der alte, weiße Mann, der da jetzt ein bisschen rumgrummelt, aber manchmal kommt es mir bei jüngeren Menschen so vor, beziehungsweise ich habe tatsächlich auch schon solche Sätze gehört von, ich erinnere mich an eine junge amerikanische Comiczeichnerin, die irgendwann gesagt hat, sie ließ da quasi prinzipiell keine Comics, die älter sind als sie, weil damals kann eh nur Mist entstanden sein und jetzt sehen wir hier der bewegte Mann 1987 erschienen und auch die jüngeren Menschen hier im Podcast bestätigen, Mensch, hätte ich nicht erwartet, dass es sowas auch vor 35 Jahren schon gab, aber selbstverständlich gab es natürlich auch schon Menschen, die nicht nur alte, weiße, hetero Männer waren und auch Geschichten erzählt haben und die waren vielleicht nicht immer so erfolgreich, wie es der bewegte Mann und Ralf König waren, aber deswegen, ja, werft auch mal einen Blick in die Vergangenheit fast auch mal was Altes an, damit ihr überhaupt wisst, wo das Neue auch herkommt und worauf das auch fußt. Sorry, da muss ich manchmal leider auch ein bisschen, keine Ahnung. Okay, Boomer. Da hast du, da hast du, da hast du, wenn du mir nicht sympathisch wärst, würde ich jetzt auflegen. Das ist einer der schlimmsten Sätze, die ich überhaupt, ganz abgesehen davon, dass ich Generation X bin, aber Boomer einfach mittlerweile so einfach für alles verwendet wird, was alter, weißer Mann ist, irgendwie so. Ja, aber das finde ich, ich finde das einen sehr herablassenden Satz, aber ich habe den Witz verstanden. Patrick, dann erzähl du uns doch mal was von alten, weißen Männern. Welchen Comic stellst du uns zuerst? Ich habe mir jetzt für sieben Euro einen Vertrag mit Gott von Will Eisner geschossen in der, ja, FAZ-Version, nee, Süddeutsche Zeitung, wo ich auch damals diesen Barfuß durch Hiroshima geschossen habe und dieser Comic gilt tatsächlich so als die erste Graphic Novel, die geschrieben wurde und ja, also ich habe direkt gemerkt, dass da Frank Miller das ein oder andere Auge auf diesen Comic gerichtet hat, also man findet viele Einflüsse in Sin City mindestens, also er hat nach 20-jähriger Abwesenheit hat er diesen Comic gezeichnet, einen Vertrag mit Gott und das, dieser eigentliche Comic einen Vertrag mit Gott, der ist so 70, 80 Seiten und mittlerweile haben wir dann auch die beiden Fortsetzungen, die dann Jahre später kamen. Der erste Comic ist ein Episode, äh, doch, ein Episoden-Comic. Der erste handelt von einem jüdischen Einwanderer, der in die Dropsea Avenue in den 30ern zieht und er hat halt ziemliches Pech, also seine Tochter stirbt und leben man wirklich nicht gut mit ihm und in so einer Art Steintafel hat er so einen Vertrag mit Gott geritzt und nach dem Tod seiner Tochter ist er richtig sauer, schmeißt wütend diesen Vertrag mit Gott aus dem Fenster und wird ein anderer Mensch, fängt an, sich mit Anzug da durch die Gegend zu schlagen und wird so eine Art Immobilienmakler, der diese Dropsea Avenue kauft und dann komplett korrumpiert, bis er dann irgendwann einen zweiten Vertrag mit Gott aufsetzt und dann mehr oder weniger seine gerechte Strafe bekommt und diese Art gerechte Strafe kriegt man quasi in jeder dieser Episoden zu sehen, aber dieser übliche Vertrag mit Gott, der ist fast nur in dieser ersten namensgebenden Story, die anderen Storys, die zeigen dann weitestgehend immer noch das Elend in der Dropsea Avenue, also die nach folgenden Besitzer, die sind auch nicht unbedingt vom Glück verfolgt, außer die vielleicht bei einer Orgie, ansonsten ist es halt wirklich so, wir haben zum Beispiel einen besoffenen Alki, der wird dann von so einer ergealteten Operndiva gefunden und die will ihn dann halt zu so einem Opernsänger großziehen und je mehr Erfolg er hat, desto korrumpierter wird er auch, also das zieht sich so durch, er fängt an sie zu schlagen und naja, man mag ihn nicht wirklich, aber er kriegt dann fast schon Geschichten aus der Gruft mäßig auch so seine Lehre, Irgendwann ist er dann draußen und ist so besoffen, dass er sturzbesoffen nicht mehr den Weg zu seiner ähm, wie heißt, zu seiner Finanzier zurückfindet und dann da endet, wo er angefangen hat, versoffen in der Gasse und die Art zieht sich durch, man merkt hier schon sehr viele filmische norhafte Einflüsse, die er beschreibt und dass das Ganze nicht in so eine Art Elendsporno versumpft, hat man hier auch ziemlich viel boshaften Witz und sehr viele Stilmittel, also man kriegt auch durchaus einen Blick auf New York, man kriegt dann immer wieder so Zeitungsartikel gezeigt oder so eine Seite voller Zeitungsartikel, wie sich New York im Wandel befindet, also man kriegt hier auch einen ziemlich schönen Umriss dann auch über New York im Wandel der Zeit, also im Prinzip ist das ein Comic über den Wandel von New York und nicht nur über Einwanderer, die sich hier in der Dropsy Avenue aufhalten, sondern auch eben über einen sehr eine sehr seltsame Spirale der Gewalt und des Slums, würde ich sagen. Ich habe den Comic vor langer Zeit mal gelesen und jetzt nachdem du gesagt hast, dass du diese Folge besprechen würdest, auch noch mal zur Hand genommen. Ich habe es jetzt aus Zeitgründen nur geschafft, die erste Geschichte noch mal zu lesen, die Vertrag mit Gott, die anderen drei Geschichten habe ich jetzt auch nur so durchgeblättert. ich finde Will Eisner zum einen richtig guten Zeichner, er ist sehr expressiv, seine Figuren bilden die Emotionen, die sie jeweils fühlen, sehr sehr stark ab, also was Mimik und Körperhaltung angeht, er ist ja auch bekannt dafür, dass Panel auflöst, dass viele Panel Borders oft nicht gezeichnet werden, in der ersten Geschichte, die ersten Seiten sind ja erstmal sehr, sehr textbeladen, sehr viel Erzähltext, mehr so einzelne Illustrationen mit Text, das löst sich dann auch auf und geht dann eher auch in Dialogerzählungen über, wo ich ja immer großer Fan von bin, also Will Eisner, der mehr oder mehr Vater der Graphic Novel mit diesem Band 1978 erschienen, so die Begründung der amerikanischen Graphic Novel, da wird zumindest auf diesen Comic immer verwiesen, ja, also ich mag Eisner total gerne, es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich Sachen von ihm gelesen habe und ich habe halt ein paar Sachen von ihm gelesen, aber er hat auch schon eine Ecke rum, aber als ich jetzt hier diese Geschichte wieder gelesen habe, dachte ich mir, der hat schon auch zu Recht seinen Stellenwert, also da kann man nicht dran rütteln, meiner Meinung nach, der konnte was. Auf mich hatte dieser Comic eine ziemliche Sogwirkung, der hat sich die Zeit genommen, die er jeweils gebraucht hat, am Anfang erschlägt er einen mit Text und dann arbeitet der viel mit Splash Pages, also der hat dann auch dieses Konzept, dass da eine Comicseite so neun Panels braucht, quasi durchbrochen, er hat sich so viele Panels genommen, wie er wollte, wenn er mal 10 gebraucht hat, hat er sich 10 genommen, wenn er ein riesiges Splash Panel brauchte, hat er ein riesiges Splash Panel, wenn er mal eine dicke Textwand gebraucht hat, hat er das gemacht, er hat da auch ziemlich viel mit den Konventionen gespielt, seine Zeichnungen, die waren so ein schöner Mix aus Realismus und Cartoonik, also man hat es ernst genommen, man hat die Emotionen an den Gesichtern ablesen können und ich hab diese ganzen Storys innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und diese Version, die man heutzutage schießt, das sind ja wirklich die beiden Fortsetzungen noch eingebaut, das hat 500 Seiten, die hab ich innerhalb von zwei Tagen weg inhaliert, so sehr hat mich das quasi gefesselt und ich hab dann gemerkt, ja, es gibt nicht um sonst die Eisner Awards und ich verstehe auch, wieso er so hoch gehalten wird als das Flaggschiff der Comic Industrie, ich danach noch mal vom Gratis Comic Tag so einen The Spirit Comic von ihm gesehen, also sogar vor einem Vertrag mit Gott, hat er einen ziemlichen Input gehabt und die Comics schon ziemlich weitergebracht, also sein Einfluss auf die Comic Industrie, die spürt man heute noch und das nicht nur, wenn man norartige Sachen liest, sondern auch in Sachen der Erzählstruktur, ich würde sogar sagen, er hat in der Hinsicht vielleicht auch Filme und Comics beeinflusst, die in der Zeit existiert haben und auch weiterhin, weil die Art von Erzählung, die fand ich auch heute richtig gut gealtert und angenehme Retro-Sachen, die orientieren sich vielleicht sogar auch dran, würde ich sagen. Ich finde es gut, dass du das auch angesprochen hast mit dem Wandel der Stadt, das ist auf jeden Fall auch Thema bei Eisner und ich habe eine amerikanische Ausgabe hier, ich glaube die ist 20 Jahre alt oder sowas, bei DC erschienen, da sind dann hinten halt auch noch diverse Titel von ihm genannt und dann sind da halt Bücher dabei wie The Building und Dropsea Avenue, The Neighborhood und New York The Big City, also wo man den Titel schon sieht, dass er sich da auch wirklich mit New York und mit dem Wandel der Stadt beschäftigt und ich erinnere mich als Dropsea Avenue damals rauskam, also irgendwann so in den 90ern gewesen sein, war zumindest in der deutschen Ausgabe im Vorwort auch drin gestanden, also ich erinnere mich Will Eisner war mal zum Comicsalon auch da, das muss 92 oder sowas gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau und da steht dann im Vorwort zu der deutschen Ausgabe auch irgendwie drin, dass er sich eben auch mit dem Erlanger Bürgermeister Dr. Halwig war das damals, über Stadtentwicklung und solche Sachen unterhalten hat, also dass das auf jeden Fall auch Thema ist, mit dem Will Eisner sich da beschäftigt hat, aber es geht eben auch um die Menschen in diesen Städten, also er schafft es da wirklich ein Milieu zu skizzieren und zu porträtieren, dass er eben auch an dem Schicksal der Menschen teilnehmen lässt und aber wie Patrick auch schon gesagt hat, hat man auch so ein bisschen ein größeres Bild daraus dann auch noch mitgezeigt bekommt. Nina, hast du von Will Eisner was gelesen? Was ist deine Erfahrung mit Will Eisner? Ich kenne die Eisner Awards und ich kenne den Namen und ich muss immer wieder irgendwie an Walt Disney denken, wenn ich Will Eisner lese, wegen der Schrift einfach auch, aber das ändert mich auch also die die Thematik und so weiter erinnert mich voll an Paul Auster. Das ist auch ein amerikanischer Schriftsteller, der eigentlich genau das gleiche anscheinend gemacht hat, wie Will Eisner nur halt als in, ja, Buchformal, also in nur geschriebene in einer nur geschriebenen Version und nicht mit Bildern. Und ich die Leseprobe, die ich hier bei Carlson auf der Seite ist, die hat mich ein bisschen abgeschreckt und sehr neugierig gemacht, weil ich kann so alte Comics, vor allem Superhelden Comics nicht so gut lesen, weil ich finde das immer so viel Text und das ist, man sieht die Bilder ja fast gar nicht und das ist hier halt auch sehr viel, sehr viel Text, aber das passt so gut in die Bilder rein, dass mich das glaube ich auch gar nicht stören würde, auch wie detailliert, also man hat hier das Gefühl, ich glaube es sind die ersten paar Panels, die man hier zu sehen bekommt, dass man die einzelnen Regentropfen sehen kann. Das fasziniert mich total. Das ist total faszinierend, auch wie wahrscheinlich der Protagonist so eine Treppe zu einem Haus irgendwie hoch geht, davor sieht man so Pfützen, die auch noch schimmern und warum können manche Menschen mit wirklich Stift und Papier sowas zeichnen und ich kann noch nicht mal ein Strichmännchen machen. Die haben das ein paar Mal gemacht, bevor das gedruckt wurde. Das ist unfassbar. Der hat vor eine 20-jährige Auszeit, also er hat das davor schon ein paar Jahrzehnte gemacht. Ja, klar, aber es ist einfach mind-blowing. Aber das, was du sagst, das ging mir ganz genauso. Ich bin ja auch kein Freund von so viel Erzähltext. Ich mag es, wenn Comics hauptsächlich über Dialog oder auch durch einfach generelle Auslassung von Text erzählen, also wirklich bildlich erzählen. Und das, als ich diese ersten paar Seiten, und es sind eigentlich wirklich nur diese ersten paar Seiten in dem Comic, die wirklich mehr so halbe Seite Text und dann noch Illustrationen mit dabei, das gibt sich dann irgendwie so nach zehn Seiten. Aber ich hatte da genau das, was du gerade gesagt hast, es hat trotzdem wunderbar funktioniert, also es wirkte nicht überflüssig, was da erzählt wird, also häufig ist halt das Problem, wenn mir der Text das gleiche sagt, was ich im Bild auch sehen kann, dann ist es wirklich Quatsch, dann brauche ich das nicht. Das ist hier jetzt mehr so Einführung in die Stadt, in die Zeit, in die Figur quasi und dann löst sich das auch aus, aber auch durch sein Lettering, also ich kenne jetzt das Lettering von der deutschen Ausgabe nicht, wie gesagt, da wird jetzt hier die amerikanische Ausgabe gelesen, also auch das Lettering fügt sich da sehr gut ein, auch das ist etwas, wofür Will Eisner auch bekannt war, gerade auch Schrift in Bild mit zu integrieren, das ist was er bei den alten Spirit Comics immer gemacht hat, dass so die, der Titel des einzelnen Strips auch so in den, in das Stadtbild, in den Hintergrund irgendwie auch quasi ins Bild mit integriert war, dass es also aus einem Guss auch wirkt, also diese, ja, diese Befürchtung, die du auch angesprochen hast, dass das jetzt zu viel Text sein könnte, hat sich da dann doch überhaupt nicht bewahrheitet, da war ich auch wirklich sehr angenehm wieder von, von überrascht, dass es dann doch auch wirklich fließt, flüssig ist, aber wie gesagt, dann eben auch nach diversen, oder nach ein paar Seiten dann auch wirklich mehr in Dialoge auch übergeht. Wo ich gerade durchblättere, ich sehe diese riesigen Texttaffeln, die sind am Anfang meistens von der Story, um dieses Worldbuilding zu festigen, damit man weiß, darum geht's und danach braucht er gar nicht mehr viele Worte, also seine Häuser haben schon was durchlebtes und seine Protagonisten auch, also ich hatte hier irgendwie schon das Gefühl, man sieht hier Häuser, die einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, die was durchlebt haben und die Charaktere, die sind mindestens genauso durchlebt, versoffen mindestens und also ich fand den Detailgrad auch ziemlich schön und er hat sich da die Zeit genommen, die er jeweils braucht, wenn er mal eine Texttafel braucht, dann ist die halt da, dann hat man die schneller runtergelesen, als man denkt, aber er erzählt wirklich viel über seine detaillierten Zeichnungen. Allein schon das erste Pendel, da sieht man halt so kleinere, sehr mitgenommene Mehrfamilienhäuser und im Hintergrund so richtig verwaschen und so fast träumerisch sieht man halt so die Skyline von wahrscheinlich New York, ich kenne die einzelnen Gebäude nicht, man hätte halt, also ich kenne nur diese ikonische Skyline, die man so vom Film kennt, aber man hat so das Gefühl so New York, das versprochene Land ist halt so da im Hintergrund, man sieht das, aber man wohnt halt wahrscheinlich im Elend und denkt sich, ich will aber dahin und nicht hier sein. Also das ist allein, allein schon das im allerersten Bild zu vermitteln, echt eine, ich, anscheinend habe ich sehr viel verpasst. Das lässt sich alles nachholen, da kann auch keiner was dafür, manche Sachen, vor allem, wenn es so alte Sachen sind. Da kriegt man Lust, das zu interpretieren und einfach eine Abhandlung vielleicht von dem allerersten Bild einfach eine Abhandlung zu schreiben. Mach das, wir laden dich wieder ein, du kannst es hier gerne hören. Erstens den Paul-Auster-Vergleich fand ich gut, einer meiner Lieblingsautoren in so einem Buch wie die Brooklyn Revue, es ist eigentlich genau sowas, wie du es auch beschrieben hast und ja gut, das andere lasse ich hier weg. Andi, hast du Erfahrungen mit Will Eisner? Ich hätte gerne Erfahrungen im Zusammenhang nämlich mit der Ausstellung, die es gerade gibt im Schauraum Dortmund, auf den will ich nämlich unbedingt hinweisen, da gibt es gerade eine Will Eisner Ausstellung und die läuft meines Wissens noch bis in den August rein, das heißt, da wir hier gerade die Juli-Aufzeichnung quasi vornehmen, habt ihr noch die Gelegenheit hier bis zum 15. August in Dortmund, wenn ihr da irgendwie hinkommt oder da wohnt, den Schauraum für Comic und Cartoons zu besuchen und dort die Ausstellung Will Eisner Graphic Novel Godfather anzuschauen und dazu gibt es auch für alle, die doch vielleicht ein bisschen mehr Bock auf Text, auf Fließtext haben, auch beim Avant Verlag ein Begleitkatalog oder so, der wohl inhaltlich ganz tolles, aber ein extrem beschissenes Cover hat, also es ist wirklich so ein tolles Bild auf dem Cover, aber irgendwie mit weißer Schrift dann dieser Titel drauf, also das ist vielleicht nicht unbedingt ein Highlight, aber da gibt es für 40 Euro ganze 384 Seiten über das Leben von Will Eisner, der offensichtlich eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen ist und mich hätte jetzt vor allem noch zwei Sachen interessiert, nämlich das eine, was die Nina schon angesprochen hat, warum ist diese Unterschrift von dem irgendwie genauso wie die von Walt Disney, gibt es da Parallelen oder Bekanntschaften? Ich glaube, der war doch, der war früher bei Walt Disney angestellt, glaube ich, oder? Hat der den Schriftzug entworfen? Also den Zusammenhang würde ich jetzt nicht kennen zumindest. Ich glaube es auch nicht. Ja, okay, haben wir das geklärt? Und das andere, ja genau, und dann ist es natürlich einfach auch Vertrag mit Gott, klar, okay, er ist ein Graphic Novel, toll, aber von den Ausschnitten, die ich gesehen habe, ist es ja auch vor allem ein Comic, der ganz viel mit Panel Design, insbesondere einfach so Design arbeitet, das ist ja nicht einfach nur Kasten, 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 sondern da sind ja auch wirklich einfach mal verhältnismäßig innovative Bilddesigns dabei. Ist das so, Patrick? Ist das alles mal was, was man vielleicht, ja eben als es damals rauskam, so der Form noch nicht hatte? Ist dir das aufgefallen, dass das ein bisschen anders ist als so? Comic-Sons sind? Das habe ich ja quasi schon angeschnitten. Er nimmt sich, er hat dieses neuen Panel-Ding quasi durchbrochen und hat damit wirklich experimentiert. Ich habe das Gefühl, dass das damals schon revolutionär ist und ich finde das heute noch ziemlich klasse, wie er damit umgegangen ist. Er hat das wirklich öfter mal durchbrochen und wir haben hier zum Beispiel auch in dem zweiten Band so eine Story über einen Säufer, der mit einer Kakerlake verglichen wird. Du hast da wirklich so ein Panel, wo da quasi eine Parallelmontage im Comic-Format ist. Also er hat diese Panel-Ausreizung wirklich extrem vorangetrieben und ich finde das heute noch ziemlich revolutionär, würde ich sagen. Sogar so eine Parallelmontage innerhalb von einem Comic, was ich bis daher auch nicht so oft gesehen habe. Eisner ist auf jeden Fall einer der Pioniere auch gewesen für das Auflösen der Seite und innovativere Strukturen. Also wer sich mit Eisner noch nicht beschäftigt hat, auch da empfehle ich auf jeden Fall mal einen Blick hinzuwerfen. Aber dieses Cover wird den Godfather of Graphic Novel echt nicht gerecht. Das ist zwar schön, aber irgendwie ist das fast schon ein bisschen zu bieder dafür, dass er eigentlich so Impulse gesetzt hat. Dieses Cover wirkt wirklich so altbacken. Von dem Ausstellungskatalog meinst du? Ja. Okay. Okay. War gut. Okay, dann gehen wir weiter. Ich komme zu einem Marvel-Comic, was immer heißt, ich setze vorne ab, dass ich mich nicht gut auskenne mit Marvel-Comics, dass ich sehr wenig Superhelden lese und von daher nicht die große Historie mitbringen kann. Ich weiß, dass die sieben Jahre Jason Aaron Thor sehr, sehr gelobt wurden. Ich habe nichts davon gelesen, habe jetzt kürzlich mir dann mal den ersten Band vorgenommen von Donny Cates und Nick Klein, den der Andi in Folge 91 der Comic-Cookies schon mal besprochen hat. Andi, magst du noch mal kurz darauf zurückverweisen, wie du das fandest, wenn du das noch weißt? Ich habe da auch aus letztlich einer ganz ähnlichen Perspektive den Blick reingeworfen und fand es dem Grunde nach gut. Ich fand es vor allem wunderschön und ich fand so den Einstieg sehr gut. Muss aber sagen, dass ich vom Finale ein bisschen enttäuscht war. Es ist ja vielleicht kein Finale, aber es waren noch so sechs Ausgaben in diesem ersten Trade. Gibt es schon sowas wie so einen ersten Höhepunkt oder einen weiteren großen Höhepunkt und das ist halt einfach, sage ich mal, ganz klassischer Comic-Quatsch, wie wir das bei Superhelden häufiger mal haben. Aber wer damit zurechtkommt, für den ist das alles voll cool und optisch gesagt war es echt top und eben insbesondere, was Nick Klein da abfeiert, ist schon großartig. Ich habe jetzt diesen ersten Band neulich gelesen, als Nick Klein beim Comic-Festival München im Gespräch war. Dann dachte ich mir, ich sollte endlich mal was von Nick Klein lesen. Ich kenne nur seine ganz frühen schwarz-weißen Indie-Sachen aus Deutschland. Seine amerikanischen Superhelden-Sachen habe ich alle nicht gelesen, weil, wie gesagt, kein großer Superhelden-Leser. Und ja, kurz darauf erschien dann auch schon der zweite Band und nachdem der Andi den ersten Band schon besprochen hat, dachte ich mir, nehme ich den zweiten Band zum Anlass, einfach nochmal meine Eindrücke von dieser Reihe hier mitzugeben. Nochmal kurz zu diesem Band jetzt. Also das ist die Panini-Ausgabe von Thor, König von Asgard, Band 2, die Rückkehr von Donald Blake. Dieses Jahr war Panini erschienen. Das sind inhaltlich die US-Hefte 7 bis 14, wobei die Hefte 7 und 8 gezeichnet waren von Aaron Kuder und dann 9 bis 14 von Nick Klein, Autor ist Donny Cates. Die Farben sind von Matthew Wilson. Slettering ist von Claudia Sartoretti und die Übersetzung von Alexander Rösch. Dass ich mir den zweiten Band geholt habe und ich habe nicht den Breastorm gemacht, ich habe alle Comics zum vollen Preis erstanden und besprechen werde. Der hat es echt heute das drauf. Nee, aber du bist eigentlich sonst der Bibliotheken-Andi, also folgt man nicht. Wenn die, wenn die, ja, wenn nicht gerade Pandemie ist und ich öfter in die Bibliothek komme, dann hole ich da gerne was, das stimmt. Genau, jetzt Thor. Also dass ich mir den zweiten Band geholt habe, spricht dafür, dass ich den ersten Band anscheinend mochte und dass eben auch nicht viel Zeit dazwischen lag, zwischen ich habe den ersten Band gelesen und der zweite Band kommt raus, das hat auch geholfen. Also wenn ich jetzt den ersten Band schon letztes Jahr gelesen hätte, dann weiß ich nicht, vielleicht hätte ich dann in dem Moment gerade auch die Lust verloren gehabt oder gar nicht daran gedacht, dass der zweite Band rauskommt, aber wie gesagt, es lagen, weiß ich nicht, zwei Wochen dazwischen oder so. Wie Andi auch schon gesagt hat, also ich fand die Zeichnung von Nick Klein besonders stark. Also kurz zur Geschichte, Thor ist, König von Asgard geworden, Odin ist weg. Im ersten Band geht es darum, dass Thor der Herold von Galactus wird. Wenn ich solche Sachen sage, muss ich mir denken, oh Gott, das ist wirklich Galactus. Wie sind jetzt wieder die Namen von diesen ganzen Figuren? und im zweiten Band jetzt hat Odin immer noch so mit seiner Rolle, mit seinem Dasein und will sich eine Auszeit gönnen und holt sein alter Ego Donald Blake zurück, der schon länger nicht mehr aufgetreten war und es stellt sich dabei heraus, dass Donald Blake erschaffen wurde von Odin, um so das alte Ego von Thor zu sein. Also Donald Blake hadert dann auch mit mit seiner eigenen Herkunft und seinem eigenen Dasein und macht sich auf, um sich an diversen Tors zu rächen. Also jede Figur, die irgendwie mal Thor oder eine Variation von Thor ist, wie Beta Ray Bill und wie Throg, der oder Throg? 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 Ja, Throg, so rum. Der Frosch-Thor und dann auch Jane Foster, die auch zwischendurch Thor war und metzelt sich da so ein bisschen durch die Gegend, bis dann am Ende die Konfrontation zwischen dem eigentlichen Thor und Donald Blake dann auch stattfindet und Odin taucht auch wieder mit auf und all solche Sachen. Wie gesagt, ich finde die Zeichnungen von Nick Klein wirklich herausragend für diese Art von Geschichte. Es ist mehr Fantasy-Epos als als Superhelden-Comic. Ich glaube, das ist auch das, was mich hierbei jetzt dann auch mehr angesprochen hat als andere Superhelden-Sachen. Die ersten zwei Hefte, die von Aaron Cuda gezeichnet sind, würden mich optisch nicht so ansprechen, dass ich sage, ich möchte mehr davon lesen. Also es ist schon gut, dass das nur so ein Fill-In-Artist ist für zwei Hefte, aber das finde ich fällt für meinen Geschmack stark ab zu dem, was Nick Klein da macht. Auch inhaltlich erinnere ich mich kaum, was an diesen zwei Heften überhaupt passiert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Iron Man taucht auf und mehr weiß ich auch schon nicht mehr. Es sind wirklich dieses kosmische Epos, diese Fantasy-Welten, die Nick Klein da auf die Seite bringt, machen das für mich wirklich interessant und lesenswert. Auch die Geschichte, keine Frage, also auch der Text ist durchaus gut und interessant und die Figuren sind interessant beschrieben und gezeichnet im Sinne von schriftlich gezeichnet, ich kann mich heute nicht ausdrücken. Mir hat das echt Spaß gemacht, also eben gerade, dass es wirklich so ein ernsthafteres Fantasy-Epos ist, gerade auch im Gegensatz zu Thor aus den Filmen, der da ja eine eher humorige Variante ist und mehr Witz in die Filme bringt als andere Figuren das tun, das ist in diesen Comics jetzt überhaupt nicht so, das ist ein eher grübelnder Tor, wie gesagt, der momentan noch nicht so ganz weiß, was er mit sich anfangen soll und was seine Rolle da jetzt ist als König von Asgard und auch zeichnerisch eher auf der, ich möchte nicht sagen auf der düsteren Seite, das trifft glaube ich nicht das, was ich meine, aber jetzt eben schon eine ernsthafteren Strich, ich sage ja immer wieder, dass ich eher cartoonige Sachen mag als realistische Sachen, Nick Klein ist jetzt wahrscheinlich schon eher so einen Schritt weiter in die realistische Ecke als im cartoon, aber trotzdem noch nicht so realistisch, dass ich es nicht mehr mögen würde und gerade auch durch die Farben, also ich finde auch Matthew Wilson in Kombination mit Nick Klein macht hier einen super Job, auch hier, das fand ich auch sehr spannend, Matthew Wilson hat auch die Farben für die Aaron Cuda Hefte gemacht, aber trotzdem spricht mich das in keiner Weise so an, wie die Seiten, die Nick Klein und Matthew Wilson zusammen gemacht haben, also ein optischer Genuss und für mich als Fantasy-Abenteuer-Comic auch ein Spaß, das zu lesen, das ist so, für meine seltenen Ausflüge in den Superhelden-Comic hat mich das auf jeden Fall bisher stark angesprochen und ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann im Dezember dann auch Band 3 holen werde, wenn der rauskommt, mal gucken, was bis Dezember ist. Andi, hast du außer diese ersten sechs Hefte von Thor noch was weiteres gelesen? Tatsächlich nicht, weil ich das mit dem Ende der ersten sechs Hefte nicht so sonderlich spannend fand, muss aber sagen, dass ich zum einen mit Aaron Cuda relativ viel anfangen kann, ich habe ihn zuletzt gesehen, als ich noch Superhelden-Comics quasi aktiver gelesen habe, bei Superman, das fand ich eigentlich im Regelfall ziemlich ansprechend, was er da abgeliefert hat, weil es halt schon irgendwie, also seine Figuren wirken so, so breit und jung, ich glaube, das trifft es am besten auch so von den Gesichtsausdrücken her, das sind schon irgendwie Schränke, aber jetzt nicht so 40, 50-jährige Schränke, sondern mehr so 30, 20-jährige Schränke und das sieht irgendwie, also ich finde es ganz cool, für den jungen Superman hat das prima gepasst, ich weiß nicht genau, wie das hier bei Thor wirkt und würde auf jeden Fall mal reinblättern und dann muss man natürlich sagen, du hast jetzt den Frog-Thor angesprochen, gerade ganz aktuell ist das große Finale der Loki-Serie auf Disney Plus gelaufen und allein das dürfte für viele ein Grund sein, jetzt auch mal in die Thor-Comics reinzugucken, die natürlich auch ein riesen Universum sind und ich habe das Gefühl, dass insbesondere jetzt dieser Neustart, den es hier jetzt gab, gut geeignet sind, nachdem der, wie heißt der, du hast eben den Namen genannt, von dem, der die langen Arks, den ewig langen Ark hatte, Aaron, genau, nachdem das letztlich, das ist auch sehr, muss man glaube ich auch alles gelesen haben und so, der, der, der Emu von Bizarro World Comics schwärmt auch davon, aber wenn man jetzt eben quasi einsteigen möchte, sind glaube ich diese beiden Trails ein guter Einstieg, auch um wieder so reinzukommen, wenn man durch die Loki-Serie angefixt worden ist und wie gesagt, wer bereit ist sich eben auf Comic-Quatsch und ein bisschen abgespacedes Zeugs einzulassen, dann ist man hier glaube ich absolut richtig aufgehoben und ich werde auf jeden Fall mal, wenn ich mal wieder im Comicladen stehe, auch an diesen Band reinblättern. Nina, du hast vorhin gesagt, dass du Superhelden Comics liest, hast du Thor, irgendwelche, irgendwas von Thor gelesen? Ja, ich habe nämlich von Jason Aaron diese, ähm, ich weiß, irgendwas mit, nee, ach, diese ganz große, ähm, Warp the Realm. Schlacht, genau. Siehst du, ich kenne mich nämlich doch ein bisschen aus. Ich habe mir gedacht so, was hast du dir da eingetan? Weil ich habe wirklich einfach so mit, ähm, Marvel Comics, lese ich halt so ganz vereinzelt hier und da, ich bin eher so im DC-Bereich ein bisschen aktiver unterwegs, deswegen, also ich mag die Filme sehr gerne von Marvel, die Comics, da finde ich halt den Anschluss halt nicht, habe ich das Gefühl, da ist es schwieriger, finde ich, da irgendwie sich da reinzufinden und dann habe ich einfach nur dummerweise, warum auch immer, habe ich War of the Realms gelesen und da dachte ich mir so, Alter, was passiert? Nee, verstehe ich nicht, egal, weiter geht's und habe einfach diese fünf, glaube ich, Einzelhefte dann gelesen und dachte mir so, Alter, nee, ich verstehe einfach nichts. Aber wenn das halt bei Thor besser klappt, weil es ist halt, bei Comics, bei Superhelden-Comics finde ich halt sehr wichtig, wenn man halt neu einsteigt, dann halt auch was zu nehmen, wo man halt gut einsteigen kann und das hört sich an, als würde Thor das bieten, dass man halt auch als Neuling, ähm, wie du sagtest, Andi, wenn man halt die Loki-Serie gesehen hat und denkt, oder man hat irgendwie Thor Ragnarok gesehen und denkt sich, oh geil, ich will jetzt mal Thor-Comics lesen und dann am besten dann dazu greifen, das ist dann halt schon eine große Hilfe. Ich habe auch über die Jahre, die Jason Aaron das gemacht hat, immer wieder gehört, wie toll sein Tor ist. Ja, ich auch. Aber genau wie du sagst, ich habe auch immer so dieses Ding, ich lese gerne halt mal einen Band von irgendeinem Superhelden, der mir ein abgeschlossenes Abenteuer gibt und ich will nicht Jahrzehnte an Continuity irgendwie mitverfolgen und ja, jetzt auch nur eben, weil dieses Nick-Line-Interview war und halt nur ein Band bisher auch raus war zu dem Zeitpunkt, dachte mir, nutze ich jetzt halt mal, nehme halt mal diesen Einstieg und lese diesen einen Band, und hatte dann in dem Moment auch tatsächlich eben Spaß damit und dann auch mit dem zweiten Band. Also ja, also das bisschen Vorwissen, das ich zu Thor mitbringe durch Filme und früher mal einen Avengers-Comic gelesen oder sowas, hat auf jeden Fall auch ausgereicht, jetzt hier diesen Einstieg da zu finden. Es gibt dann ja in den Panini-Ausgaben auch immer noch ein Vorwort und ein Nachwort, die das Ganze auch noch in gewisser Weise mit einordnen oder irgendeine Information zu einer Figur mitbringen oder so, dass man da nicht komplett auf dem Schlauch stehen muss. Und ja, wenn man sich für sowas tatsächlich interessiert, muss man halt den Einstieg auch einfach irgendwann mal machen und ab da dann einfach mitmachen, dann kriegt man schon mit, was passiert. Aber ja, das ist für mich dann im Normalfall eigentlich auch immer zu viel, um da so tiefer einzusteigen. Patrick, du und Thor, wie steht ihr zueinander? Ich lese da ab und zu auch mal rein. Ich habe sogar einen Großteil von den Jason Aaron Run gelesen. Da war der halt so ein einarmiger Gottschlechter mit einer Axt. Das war herrlich brachiale Fantasy. Ich hatte mit dem, was ich gelesen habe, mal einen Spaß gehabt. Ich hatte da auch nicht so diese Einstiegsschwierigkeiten. Die hatte ich eher bei War of the Realms. Das war für mich halt wirklich so ein Pseudo-Battle Royale mit ein bisschen zu vielen Verknüpfungen. Und wenn man was Battle Royale-mäßiges lesen will, dann will man halt auch ein bisschen mehr stumpferes Gemetzel. Und ich würde sagen, da ist das Marvel-Korsett nicht das Richtige. Da geht man dann eher zu einem japanischen Anime und kriegt dann da schönstes, stumpfstes Gemetzel. Das kann die Marvel wahrscheinlich nicht so bieten, wie man es will. Ich hatte mit War of the Realms auch nicht mal einen Spaß. Ja, nee, das ist eher so ein Comic, den würde ich verschenken und dann jemand anderen eine Freude mitmachen. Aber zu diesen neuen mit Nick Klein, da würde ich sogar auch wieder reinlesen, weil ich Nick Kleins Stil mag. Und der bringt dem Ganzen halt auch wieder was Episches, Fantasy-mäßiges mit, was für mich zu Tor irgendwie mit dazugehört. Ich hoffe nur nicht, dass es zu konventionell wird, was dann Andi wieder auch abgehalten hat. Ja, probier es mal aus und wenn du es tust, sag gerne mal Bescheid, wie du es fandest. Gerne. Damit kommen wir zu Nina und ihrem zweiten Comic mit einer eventuell etwas ungelenkten deutschen Titelübersetzung. Ungelenk weiß ich gar nicht, weil oft Englisch heißt, das heißt der Comic auch ähnlich. Das heißt Laura Dean keeps breaking up with me. Genau, ja. Definitiv weniger Worte als im Deutschen. Ja, auf jeden Fall. Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht. Da geht es um Freddy. Freddy ist verliebt in Laura Dean und Laura Dean ist so das Highschool-Sweetheart. Die ist einfach übermäßig beliebt und alle finden sie toll und auch Freddy findet sie toll. Frederica, das ist ein Mädchen. Und die kommen dann irgendwann zusammen, aber Laura Dean ist so eine richtige Arschloch-Freundin, die macht dann halt mit anderen Leuten rum oder sagt, oh nee, hier, irgendwie klappt das mit uns nicht, lass mal das Schluss machen und dann zwei Wochen später kommt sie an, als wäre nichts passiert. Und das macht Freddy halt sehr zu schaffen. Vor allem auch in ihrem Freundeskreis wird sie immer irgendwie mehr irgendwie zu einer Außenseiterin vielleicht, die halt dadurch, dass sie einfach immer mit Laura Dean entweder abhängt oder halt ihr nachtrauert. Und deswegen kapselt sie sich immer mehr von ihren Freunden ab und vor allem die eine Freundin, der geht es dann nicht gut und das merkt halt Freddy nicht oder ist egal oder vergisst, dass sie mal mit der irgendwie was machen wollte und das geht halt über den ganzen Comic so, dass Freddy einfach damit klarkommen muss, entweder, dass sie halt so eine Beziehung hat oder dass sie sich loslösen muss von Laura Dean und das wird halt im Comic sehr schön dargestellt. Einerseits durch die Schriftsteller, also die Autorin Marie Gutamaki, die schreibt ihre Figuren, also sogar Laura Dean dachte ich mir, ich begreife sie als Mensch, ich weiß, warum sie so ist, wie sie ist, aber vor allem halt auch Freddy als Hauptfigur ist sehr glaubwürdig darin, warum sie einfach immer wieder zu Laura Dean geht, weil sie sie einfach, sie denkt, sie liebt sie und so weiter. Aber auch die Zeichnungen von Rosemary Valera O'Connell sind wunderschön, der Comic ist schwarz-weiß gezeichnet, aber so zwischendurch immer mal wieder so pinke Akzente gesetzt. Entweder ist der Hintergrund vom Pendel einfach komplett pink oder sind halt einzelne Details im Bild, so eine Kaffeetasse oder eine Textblase ist einfach pink und ich finde das einfach sehr schön gezeichnet, hat auch ein bisschen was Manga-haftes an sich und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe viel Gutes drüber gehört, auch von Freunden aus den USA, die ihn gelesen haben. Habe ihn selber natürlich mal wieder nicht gelesen. Die Tamakis, ich bin mir jetzt gerade wieder nicht sicher, ob sie Schwestern oder Cousinen sind. Cousinen. Tauchen ja auch immer wieder auf mit ihren Comics in besten Listen und in freudigen Besprechungen. Ich habe Skimm hier immer noch im Regal, den ich endlich mal lesen muss und ich glaube Sommer am See war dann der zweite Band, der hier so extrem auch überall immer gelobt wurde. Ich habe andere Sachen gelesen, die Jillian Tamaki auch gezeichnet hat. Ja, also aus meiner peripheren Erfahrung, wenn Tamaki draufsteht, sei es schreibenderweise oder zeichnenderweise, ist es glaube ich auch ein Blick wert. Patrick, bist du irgendwie vertraut mit den Tamakis oder auch eventuell sogar mit diesem Comic? Leider nicht. Ich nehme mir bei den Podcasts mittlerweile auch schon einiges an Manga-Empfehlungen mit. Es ist halt nicht ganz komplett ein Manga. Es hat Manga Einflüsse. Also eher ein Comic mit Manga-Einflüssen, kein richtiger Manga. Nee. Ja, aber ich finde diese Gruppe ist auch wirklich schön, um sich Comic-Empfehlungen abseits von seiner Bubble zu holen und das ist halt auch so ein Comic aus meiner Bubble, wo ich, wenn ich den Breedstorm machen würde, wieder reinlesen würde. Also auch für einen schmalen Teiler würde ich da wahrscheinlich reinlesen. Oder eben das Leiden. Hätte ich eine Bibliothek, die ein größeres Comicsortiment hätte. Es klang eigentlich so ganz interessant, auch wenn ich nicht dieser Beziehungscomic-Typ bin, muss ich dazu sagen. Ja, es ist halt auch eher ein Coming-of-Age und ich finde Mariko Tamaki, ich glaube, die ist jetzt so einiges 40 oder so. Also sie ist halt eine ältere Frau, also verhältnismäßig, also im Gegensatz zu ihren Figuren. Aber sie schafft es immer wieder, so glaubwürdige und nahbare Teenager-Figuren zu schaffen, das ist echt unfassbar erstaunlich, wie die Frau das hinkriegt. Auch vor allem ja, so heutzutage, weil so ein Ein Sommer am See ist halt eher zeitlos, was so die, wann das Ganze spielt, angeht. Aber hier ist es halt wirklich in der jetzigen Zeit, das Ganze spielt in Berkeley und ist sehr krass divers. Also wenn man halt hier guckt und dann im Hintergrund in der Schule, da sind halt einfach schwarze Menschen, weiße Menschen, asiatische Menschen, vor allem halt auch Freddy ist, hat einen asiatischen Einschlag in ihrer Familie auch die, was die, also allein, dass Freddy und Laura Dean halt zusammen sind, also ein lesbisches Paar und dann auch ihre Freunde, in ihrer Freundesgruppe sind glaube ich zwei schwule Jungs und der eine, da sieht man halt auch gar, also ist das vielleicht sogar eine nicht-binäre Person. Das finde ich halt sehr krass, so dass wie selbstverständlich damit gehandhabt wird. Das finde ich halt sehr spannend und sehr sehr nett. So, das ist halt einfach normal ist in dieser Welt. Andi, du und Tamaki? Kein blassen Schimmer, noch nie gehört. Ich sag, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich fühle mich natürlich auch erstmal nicht angesprochen, was nicht bedeutet, dass ich nicht Interesse daran hätte, herauszubekommen, wie die Autorin hier diese ganze Dialoggeschichte macht und hier realistische Darstellung Coming of Age und so, da habe ich potenziell schon Interesse. Muss aber sagen, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit einen Manga, eine Mangerei gelesen, die auch so ein bisschen in diese Richtung ging und das hat mich schon sehr abgeschreckt, das war nicht so mein Ding. Ich würde hier mal reingucken, gerade wenn Nina sagt, das ist einer ihrer Comic Highlights in diesem Jahr, dann wäre das für mich das der Grund, das ganze Ding in die Hand zu nehmen. Muss aber sagen, dass ich mich hier, obwohl ich mich ja doch recht offen zeige in vielen Stellen, hier erstmal nicht angesprochen fühle, inhaltlich. Ist dir das zu kitschig? Oh, vielleicht will ich doch lieber einfach eine krasse Weltraumschlacht lesen. Ja, es ist halt nicht episch, aber es ist halt so das Schöne an Comics, du hast einfach mittlerweile für jeden was da, also du kannst einfach einfach dich, du suchst nach Superhelden, dann kannst du halt Superhelden lesen, aber du willst vielleicht was anderes lesen und dadurch, dass so viele Menschen mittlerweile Comics machen oder schon immer Comics gemacht haben, aber man halt auch den Markt hat, dass Leute sowas, weil keine Ahnung, ob das irgendwie jemals hier hingekommen, also Karlsson macht da, glaube ich, finde ich, einen sehr guten Job, so unterschiedlichste Sachen zu holen und auch so teilweise sehr erstaunliche Sachen, wo ich mir denke, okay, das macht Karlsson jetzt und nicht, ist es nicht bei Reprodukt erschienen, okay, dann hat halt Karlsson, vor allem halt hier, das wäre so eins, wo ich, gedacht hätte, kommt bei Reprodukt irgendwann raus, genau wie Tilly Walden, aber nö, Karlsson, ja, also es ist halt mittlerweile, ist für jeden was dabei und das ist halt so das Perfekte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein preisgekrönter Comic, richtig? Ich glaube, ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass Ein Sommer am See von ihr, das war der erste Comic, der einen Literaturpreis in Kanada gewonnen hat, weil das sind Kanadierinnen, Mariko und Jillian Tamaki und ich glaube, der hat einen Eisner Award gewonnen, war auf jeden Fall dafür nominiert, aber ich weiß nicht, ob er den gewonnen hat. Das wird auf der Homepage stehen, ich bin da gerade drauf, wenn es einen Eisner Award bekommen hätte. Steht nur preisgekrönt. Also was ich damit sagen will, ist ja eigentlich, weil du nach dem Verlag fragst. Also wenn ihr selbst, also sogar unser weltgewandter Kollege Andi, hier von seiner weltgewandten, also Freunde aus von rund um die Welt, wenn die ihm das schon empfohlen haben, dann ist es wahrscheinlich so ein Ding, das haben irgendwie x Verlage auf dem Schirm, machen wir uns nichts vor, Carlson ist einer der Größten, wenn nicht der Größte, die haben einfach das meiste Geld für die Lizenz auf den Tisch gelegt und deswegen erscheint er dort und nicht bei Reprodukt. Das wird der Grund sein. Vor allem hat Carlson Manga in letzter Zeit wirklich sein Sortiment extrem erweitert und da auch unterschiedlichste Manga-Richtungen bespaßt, auch wenn das ein eher europäischer Comic ist. Und Andi hat gerade geguckt, ob er in seiner Bild am Sonntag was darüber finden kann, ne? Ja, ja, genau. Ich dachte mir, siehe, die Comic-Seite in der Bild am Sonntag, vielleicht haben die dazu was geschrieben. Ne, ich hab hier nebenbei mir hergezogen, äh, letztes Jahr ist ja der Comic-Salon Erlangen ausgefallen, aber Kanada wäre da ja ein Fokus gewesen, ähm, wie auch schon beim, beim Comic-Salon davor und sie hatten so eine, ja, Zeitung rausgebracht, das Kulturamt Erlangen zu kanadischen Comics in, in Deutschland mit, ja, Vorstellungen von Comics, mit Interviews mit Comic-Künstlern und Künstlerinnen aus Kanada, etc. Und ich erinnerte mich, dass da auch, ähm, eine Tamaki zumindest mit dabei war. Es ist in diesem Fall, äh, Jillian Tamaki, die ja auch, äh, äh, ein paar Seiten mit, mit drin hat in diesem, ähm, in dieser Zeitung. Das konnte man sich dann über das Kulturamt gratis zuschicken lassen, nachdem ja der Salon ausgefallen ist. Das hab ich eben gemacht, äh, ja genau, und da wollte ich eben gerade nochmal nebenbei gucken, ob, ob es da um Mariko Tamaki oder Jillian Tamaki ging, aber, äh, ja, genau, wie auch immer. Äh, nächstes Jahr findet der Comic-Salon hoffentlich wieder statt und vielleicht ein bisschen was nachgeholt von, ähm, von dieser Canada-Connection, weil das hat mir sehr große Freude gemacht beim letzten Comic-Song 2018, diese kanadische Ecke und auch die kanadischen Menschen, die da, da waren. Also das fand ich, Jeff Lemire unter anderem, ähm, fand ich echt schön und hatte mich da sehr drauf gefreut, dass da jetzt vielleicht auch mehr gemacht wird in, 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 in dieser Verbindung mit, mit den kanadischen Leuten und, äh, ja, mal gucken, inwiefern das vielleicht nächstes Jahr nachgeholt wird. Okay, kommen wir dann weiter zu Ralf König wieder und dem Andi und Lucky Luke, dem Triumph-Firat, der, egal, mach einfach weiter. Ja, der Lucky Luke Ommarsch 5 Band, den hatte ich so richtig Bock auf dem Schirm, so, ne, weil man muss halt sagen, ich hatte den Maville, den Maville Ommarsch Band gelesen, das war, glaube ich, die Nummer 3 mit dem Fahrrad und so und fand das ganz cool, da hatte ich ja damals auch die tolle Gelegenheit, die sogenannte Finissage, ein Begriff, den ich gar nicht kannte, in München quasi zu moderieren, also da war letztlich eine Ausstellung zu diesem Ommarsch Band zu dem, was der Maville dort geschaffen hat, das ist ausgestellt worden in München, im Institut Francais war das, glaube ich und kurzum, tolles Ding, direkter Draht zum Künstler, da habe ich natürlich das Ding gelesen, verschlungen und fand es geil und seitdem habe ich, zumindest was die Ommarsch-Bände von Lucky Luke angeht, auch da irgendwie Bock drauf, denn wie alle da draußen, die uns regelmäßig hören, vielleicht wissen, ich bin jetzt noch nicht so richtig drin im Thema franco-belgische Geschichten, bin mir aber völlig im Klaren, dass Lucky Luke eine der größten Reihen ist, die es ja in dem Bereich gibt, gerade hier in Deutschland, dass selbst Leute, die sonst nichts Comic-mäßiges lesen, deren Lucky Luke-Abo, das läuft und läuft und läuft und genau so wird es dann auch dem Egmont Verlag hier gehen, wenn es um die Verkäufe von den Lucky Luke und Marshmallow gehen und ich hatte, wie gesagt, voll Bock auf den 5. Band jetzt hier und muss auch sagen, ich war auch echt ganz positiv überrascht, als ich plötzlich mitbekommen habe, dass der Ralf König sich hier an Lucky Luke mal ja, dass der damit arbeiten darf mit der Figur, denn machen wir uns nichts vor, ich habe jetzt tendenziell die Lucky Luke-Lesendenschaft eher so als konservativ eingeschätzt und auch vermutet, dass das halt Leute sind, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, der Typ, der wollte mir erzählen, dass er keine Comics liest, weil Comic vom Namen her schon komisch klingt, das findet er lächerlich, das war seine Begründung, aber Lucky Luke, er liest der oder hat er früher gelesen, also das mal so zur Einordnung, was ich so dachte, was für Leute das lesen und dann nehmen die den Ralf König und setzen den an Lucky Luke, wo klar ist, okay, der macht irgendwas Homosexuelles mit der Figur und das ist schon sehr mutig, muss man auch ganz klar mal so sagen, weil man da durchaus einen gewissen Shitstorm auch provozieren könnte, deswegen ist auch viel Feingefühl nötig, wenn man hier eine Geschichte schreibt und dieses Feingefühl hat er bewiesen. Eines schon mal vorweg, Lucky Luke ist auch nach dieser Geschichte höchstwahrscheinlich nicht homosexuell, hundertprozentig geklärt wird es nie, das haben sie sich natürlich offen gelassen, aber ich glaube, es fällt so ein Satz wie, der Lucky ist so ein Lonesome Rider, egal ob Mann oder Frau, die sind mir alle egal, das ist gar nicht so die Quintessenz von dem, was da so ein bisschen dein Liebesleben angeht und ganz vorne auf dem Cover sind auch, ist das Label, das Logo der Comic Collection, Egmont ist auch so ein Regenbogenfarben drauf und so, weil jetzt glaube ich Juni, Juli war ja auch der Pride Month und so, ich glaube in dem Zusammenhang ist das wohl zu sehen und wie gesagt, ich hatte voll Bock auf diesen Comic, der letztlich ein Crossover ist aus Brokeback Mountain und Lucky Luke. Ich denke, damit ist die komplette Handlung eigentlich auch zusammengefasst. Es geht hier einfach um zwei Cowboys, die sich schon ein bisschen kannten und dann haben die aber mal zusammen einen Auftrag, die sollen hier in einem in einem Tal eine Handvoll Kühe bewachen, der ganze Band heißt übrigens Zarter Schmelz, das sind also Lila Kühe, importierte Kühe aus Europa, die halt gezüchtet werden sollen, um mit deren Milch, mit deren Alpenmilch ganz tolle Schokolade zu machen. Der Typ, der sie halt eben importiert in die Staaten, der ist halt eben auch Schokoladenverkäufer und das ist so die Richtung, in die alles geht und diese beiden Cowboys lernen sich ganz gut kennen beim Aufpassen auf die Kühe und auch in einer ähnlichen Art und Weise, wie das im Film Brokeback Mountain der Fall ist. Also da wird nicht irgendwie, also das ist schon eigentlich ein komplettes Rip-Off, kann man mal so sagen. Und der Lucky Luke, der wird dann so ein bisschen integriert in die Geschichte, ist so ein bisschen auch der Schlichter, weil sie natürlich alle Männer über ihre Gefühle im Clan sein müssen. Der Ausgangspunkt, wenn man eben mal nicht im Tal ist, ist halt irgend so ein x-beliebiges Dorf, so ein Village und in dem sind natürlich alle extrem homophob und dann sind die beiden so ein bisschen als, ich glaube, als Rübenstecker werden sie beschimpft und eben auch diskreditiert und der eine soll dann so ein bisschen überredet werden, sich eben von dem anderen wieder zu distanzieren und so und das ist so ein bisschen alles da drin, also Vorurteile, wir müssen abgebaut werden und so weiter und so weiter. Dann natürlich das klassische Cowboy-Mannsbild im Wilden Westen und so, das steht natürlich dieser innigen Liebe dieser beiden Männer absolut im Weg und das ist so grob die Handlung, auf die ich glaube ich nicht viel weiter eingehen will, denn letztlich sind es ja was jetzt, 60 Seiten oder was, 62, so richtig viel steckt nicht drin, muss man doch ganz ehrlich sagen, gerade weil natürlich eine Menge Dialoge drin sind, Monologe oder einfach mal Bilder, in denen gar nichts passiert oder nur mal ein Auge auf ist, dann ist wieder zu und so. Das ist ganz nett, kann man mal reingucken. Das Artwork ist durch und durch Ralf König, macht super viel Spaß, also er hat ganz oft diese Münder so zur Seite, also er hat nicht nur diese Knollennasen, sondern bei ihm guckt ganz oft einfach, als ob der Mund quasi an der Wange wäre und so, das ist ganz, ganz faszinierend und auch typisch für ihn und glücklicherweise auch koloriert, also man kann so ein Lucky Luke und Marschband ja eben nicht kolorieren und auch, weil du vorhin das Lettering angesprochen hattest, das ist typisch Ralf König. Also das hat er sich nicht nehmen lassen, das ist auch drin, der Humor funktioniert, es gibt eine Handvoll Witze, die fand ich ganz nett und cool und so, es ist ein, ich will das gar nicht so sagen, aber ich muss es doch so sagen, weil ich glaube, dass man das, weil mir gerade ein besseres Wort einfällt, es ist wieder eine sehr angenehme, nicht aufdringliche Art und Weise der Darstellung von Homosexualität, es wird zu keinem Zeitpunkt explizit, aber wenn diese beiden Männer sich küssen und innig umarmen und so, das ist einfach, das ist schön zu sehen, das ist nicht unangenehm, bei bewegter Mann gibt es regelmäßig Genitalien zu sehen, auch das finde ich noch ästhetisch inszeniert und so, gerade weil es nicht immer direkt so frontal, sondern eben irgendwie so, aber hier, das hast du natürlich bei einem Lucky Luke Band machst du das nicht, da musst du ganz anders an die Darstellung gehen und das funktioniert sehr gut, es gibt auch noch andere homosexuelle Pärchen in diesem Band als unsere beiden kaum OSD, die wir auch auf dem Cover sehen, darauf möchte ich jetzt zumindest nochmal hinweisen und das macht insgesamt schon Spaß, aber, wenn ich mir jetzt angucke, was ich bei dem Marville Band bekommen habe, das war auch auf ca. 60 Seiten eine schöne Runde, von vorn bis hinten abgeschlossene, mehr oder weniger interessante Geschichte zu irgendwas mit Fahrrädern, das war irgendwie so ein Wettrennen oder so und der Typ mit dem Fahrrad ist dann einmal quer durchs Land und also Lucky Luke selbst, weil er den Jolly Jumper gerade abgeben musste und so, das war eine relativ innovative, neue, interessante Geschichte, die mich gepackt, wie halt mich so ein Comic eben packen kann, hat, aber hier, das irgendwie, das dümpelt so vor sich hin und hat auch nicht so richtig viel Handlung, hat mir zu wenig Handlung, also, der Ralf König hat hier viel so Situationsgeschichten, ja, wenn die beiden Männer, die beiden Cowboys, so ganz, zu Beginn ganz klassische Heten nebeneinander liegen und dann so Dialog führen, so und plötzlich wacht der eine auf dem anderen Brust morgens auf und so, darüber wird gesprochen oder wenn Lucky Luke ist dann irgendwann mal mit dem einen von den beiden Typen im Zelt, die müssen halt dann übernachten, weil der andere wieder in seinem Dorf ist und so, da wird dann auch besprochen, hier, alles cool, aber gib mir bitte kein Küsschen auf den Bauch oder so, ne, das sind so die Dinge, darum geht's eher, diese kurzen Dialoge, diese kurzen Szenen oder Lucky Luke und einer der Typen, die gehen dann mal baden und werden währenddessen beobachtet von Indianern, die oben auf so einem Berg draufstehen und so, da gibt's ganz lustige, wie gesagt, Dialoge, aber die Handlung so selber, ist wirklich ein ganz, das ist einfach wirklich Brokeback Mountain trifft Lucky Luke, trifft diesen tollen zarter Schmelzding, was so ein bisschen der Trigger-Moment ist für die Kühe und die Schokolade, wo man den ein oder anderen Witz mit einbauen kann, aber insgesamt fand ich, war mir das zu dünn und deswegen fand ich den Marville-Band besser, das ist echt auch schon alles, was ich dazu sagen kann, ich hab's jetzt im Hardcover gekauft, weil es Softcover einfach noch nicht gab, das erscheint nämlich hier bei diesen Lucky Luke-Dingern immer erst später und was ich dann tatsächlich wirklich noch interessant und faszinierend finde, ist auf der allerletzten Seite in diesem Comic, gibt es einen kurzen Ausflug in einer Erklärenden, in einer Textform dahin, was den Wilden Westen ja eigentlich ausgemacht hat. Der Wilde Westen, der war ja auch zur damaligen Zeit für viele Menschen weltweit, also ich denke mal zumindest aus Europa und den Staaten, so ein bisschen so dieses weit draußen, dieses irgendwo anders, wo man Leute vielleicht hinschickt, auf die man keinen Bock mehr hat, wo aber vor allem auch Leute hingehen, die sich so ein bisschen ausgeschlossen fühlen aus einer Gesellschaft und dass die Wahrscheinlichkeit, dass dort Menschen mit anderer sexueller Orientierung als der klassischen heterosexuellen Orientierung dort im Wilden Westen einen Neustart probiert haben, die ist sehr hoch und das fand ich schlüssig, dafür gibt es jetzt hier keine großen, großartigen Beweise, es steht hier nur drin, schwule Cowboys, gab es also wirklich ebenso lesbische Revolverhelden und Queeren Native Americans, klar gab es die, aber die gibt es heute wie damals, also scheinbar ist das so einfach eine Möglichkeit gewesen für eben, sagen wir mal, Verstoßene aller Art im Wilden Westen neu anzufangen und warum dann nicht eben auch für die Queeren, also für die LGBTQ Plus Community der damaligen Zeit und das fand ich so ein bisschen faszinierend, alles andere, also natürlich haben die Dortons einen kurzen Auftritt und so und Jolly Jumper auch einen kurzen Auftritt, aber was vielleicht noch cool ist, einfach auch, weil es so eine Meta-Ebene noch mit in das Ding reinbringt, es gibt einen Trophäenjäger und dieser Trophäenjäger ist ein ganz klassischer ich fahre nach Erlangen und habe einen Koffer voller Comics und lasse mir die unterzeichnen, Jäger, und zwar ständig taucht der auf und der hat dann auch so Bildbücher über Lucky Luke dabei, also es hat drei, viermal seine Szene im Buch und will sich den vom Lucky unterzeichnen lassen und ganz tolle Dinge und das ist halt saukool, ja, oder zum Beispiel einer von den Dortons geht dann in den Buchladen und will sich einfach zu Fortbildungszwecken, weil er nämlich gemerkt hat, oh, die sind wertvoll, diese Bücher, im Buchladen ein Lucky Luke Bildband kaufen, damit er sich den von Lucky Luke, weil den trifft er ja eh dauernd, unterzeichnen lassen kann und so, das ist cool, das macht schon Spaß, also, ne, das dazu vielleicht und ich weiß, Patrick, du hast ihn auch gelesen, richtig? Ja. Was siehst du gerade in die Kritik an der Story? Die Story finde ich auch recht dünn, aber jetzt kommt da eine Meta-Ebene dazu, die du nicht so ganz mitkriegst, weil du nicht so ganz Lucky Luke-Fan bist, da gibt's halt immer wieder auch nette Verweise auf die Morris Comics, also am Anfang sagt sie ja unser homosexuelles Pärchen, aus deren Sicht das spielt, die heißen übrigens Terrence und Bud, eine Anspielung auf Bud Spencer und Terrence Hill, die ihre Karriere auch mit Western-Filmen erstmal gestartet haben und das hat Ralf König bestätigt, das ist eine Hommage an die beiden und am Anfang sagt einer der beiden, hm, der sah ganz anders aus als in den Comics, also in den Bilderheften, die ich immer gelesen habe, aber ich fand ihn trotzdem noch schnucklig, so diese Verweise und der bringt dann immer wieder auch Verweise auf die Morris Comics, ich fand das auch sympathisch, man merkt, er ist ein großer Fan von Lucky Luke, er ist ein großer Fan von Morris' Zeichnungen und von seinem Zeichensstil, im Vergleich zu Lucky Luke Sattelt Um fand ich das dünner, aber gerade diese Hommage-Bände bieten sich an, das Ganze mal aus anderen Sichten zu zeigen, muss dazu jetzt sagen, die letzten Lucky Luke-Bände haben mit fackelnden Baumwollfeld und mit der Nummer 100 auch andere Wege beschritten, also auch die Lucky Luke-Reihe wird dadurch, dass sie mit dem Zeitgeist geht, wieder lesbarer und löst sich von seinen altbackenen fesseln, würde ich sagen. Also da geht man auch in der Hauptreihe gerade andere, modernere Wege. Aber ja, es ist im Prinzip Brokeback Mountain mit Bud Spencer und Terrence Hill und Lucky Luke, der hier eher zu einem Nebendarsteller degradiert wird, weil Hauptdarsteller sind hier in dem Buch Bud Spencer und Terrence Hill in ihrer Brokeback Mountain-Version. Hört sich an wie ein Fanfic. Das ist es auch. Das ist es auch. Gut, aber das ist ja, da kann man noch eine ganz andere Diskussion aufmachen, welche moderne Version von einem Comic, der schon seit Jahrzehnten läuft, ist irgendwie kein Fanfiction. Also jeder, der heute einen Superhelden schreibt, hat den wahrscheinlich vorher mal gelesen. Also das kann man alles dann Fanfiction nennen. Ich fand es auf jeden Fall auch sehr interessant, als die Nachricht rauskam, dass Ralf König das machen würde. Klar, es ist ein Name, der sich gut verkauft und der sich dann auch im Ausland eventuell auch gut verkauft. Nichtsdestotrotz, gerade stilistisch jetzt hat mit Marvel und Ralf König sind es ja doch zwei zeichnerische Stile, die sehr weit weg sind von dem, was so der klassische franco-belgische Comic macht und auch was die klassische Lucky Luke-Reihe macht und umso besser finde ich das dann eben auch diese Gelegenheit zu nutzen, bei diesen Hommage-Bänden da Ansätze zu wählen, was die Geschichten angeht und was auch die Zeichnungen angeht, die sich wirklich stark unterscheiden auch von der Hauptserie, weil sonst, ja, wozu überhaupt so eine Spin-Off-Reihe dann auch machen. Ich habe die jetzt beide noch nicht gelesen, möchte ich noch tun, wie immer. Gerade den Marvel-Comic, ich mag Marvels Sachen eigentlich immer sehr gerne. Ich finde es jetzt sehr interessant auf jeden Fall, dass Andi und Patrick da jetzt auch eine gewisse Kritik auch mitgebracht haben an der Story. Alles, was ich bisher gelesen habe, war alles immer sehr positiv. Wahrscheinlich überwiegen auch die positiven Aspekte und natürlich auch diese, allein der Fakt, dass es Ralf König gemacht hat, dass da eine queere Geschichte erzählt wird in diesem klassischen Humor-Abenteuer-Comic und das ist wahrscheinlich auch herauszustellen, dass das ja auch die Leistung dieses Comics dann auch ist und vielleicht ist dann auch darüber hinweg zu sehen, das inhaltlich das Ganze etwas dünner daherkommt, als man es bei anderen Bänden vielleicht bekommt. Den größten Kritikpunkt, den man sich vielleicht denken könnte, den kann ich aber entkräften. Also ich hatte auch die schlimmste Befürchtung, die ich hatte, dass dieser Comic wirkt wie eine Milka-Werbung. Wir haben hier lila Kühe und Lucky Luke und Terrence und Bud müssen halt auf die aufpassen, so in Ruhe halten, weil wenn die Kühe gestresst sind, dann wird die Schokolade, die sie produzieren, eben zu herb. Das fand ich so eine nette Idee, die sie hatten und wir haben hier auch noch Kopfgeldjäger, die hinter denen her sind und das sind natürlich auch Lucky Luke Fans, die sich dann irgendwie sogar kindisch freuen, wenn Lucky Luke die anschießt und dann sind sie so auch, ja, ich freue mich ja so, dass er mich angeschossen hat. Lucky Luke persönlich hat mich angeschossen und so. Also das fand ich schon nett und ich fand das auch schön, vielleicht, dass Ralf König hier seine Story erzählt, die er immer so erzählt, aber ich denke mal, vor zehn Jahren hätte er auch diese Freiheit nicht bei einem franco-belgischen Comic bekommen. Bei Asterix hätte er zum Beispiel nicht diese Freiheit bekommen und wenn dann nur mal wieder zu einem Jubiläum auf so ein Einseitenpanel, aber hier durfte Ralf König sein Ding durchziehen und das fand ich dann eben doch das Angenehme an dem Comic. Da haben wir ja kürzlich bei dem Ingo Röbling-Interview auch darüber gesprochen, dass Asterix das bisher nicht macht, solche Hommage-Bände und dass das denen vielleicht auch mal ganz gut tun würde, da mal ein paar andere Leute auch andere Geschichten erzählen zu lassen. Nina, du hast ja jetzt vorhin deine neue Liebe zu Ralf König entdeckt. Wirst du den Lucky Luke-Wand lesen? Ich weiß, also ganz früher als Kind mein allererster Hund hieß auch Lucky Luke. Warum auch immer. Also ich kann mich nicht daran ändern, dass ich Lucky Luke gelesen habe. Also auch franco-belgische Sachen waren nicht so sehr. Also Tim und Struppe, die Zeichentrick-Serie, die habe ich gerne geguckt, aber ansonsten gar nicht. Ich finde, also bei Lucky Luke habe ich immer so die Hemmung, das ist bei allem, was so westernmäßig ist, so wie gut ist das halt so auch mit der Darstellung von Indianern, von Native Americans. Weil das habe ich, glaube ich, in der Leseprobe auf der Seite von Ralf König selbst, gibt es halt ein Panel, glaube ich, mit einem Native American. Und da denke ich mir so, hm, wie ist da so die Darstellung, vor allem auch so heutzutage, früher wahrscheinlich ein bisschen krasser. Ähm, da, das hängt mich so ein bisschen, Lucky Luke zu lesen. Aber das ist generell so, ich bin kein Western-Fan. So, aber ich weiß nicht, ob ich das, vielleicht lese ich dann andere Sachen von Ralf König. Genau, arbeite dich mal erst dran. Alles klar, cool. Dann kommen wir zu Patrick und im Eisland. Ach, genau. Also, auch da war es vor Ewigkeiten so, dass Andi mir, als wir mal wieder Comics ausgetauscht haben, da hat er mir diesen europäischen Manga im Eisland von Christina Germann in die Hand gedrückt und hat gemahnt, liest das mal, das ist ein guter deutscher Manga und jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir uns dann mal wieder persönlich getroffen haben, da hat er mir auch den zweiten Band gegeben. Deswegen habe ich dann nochmal den ersten Band aufgefrischt und dann den zweiten direkt hinterher gelesen. Im Eisland, da geht es um die sogenannte Franklin-Expedition. Da ging es darum, dass John Franklin, der wollte so um 1845 wollte er eine Nordwest-Passage nach Asien finden, von Europa nach Asien finden und da haben sie eben die Arktis quasi durchquert mit zwei Schiffen, der HMS Terror und der HMS Erebrus und wir erfahren direkt am Anfang, ja, alle diese Besetzungsmitglieder, die wurden tot und erfroren aufgefunden, die haben sich schon teilweise kannibalisiert, also die Fallhöhe, denkt man erstmal, ist gar nicht so hoch, man weiß direkt, diese Mission, da kommt keiner Leben zurück, aber dann schafft Christine Germann es, diese Charaktere derart mit Leben zu füllen, dass man dann mit denen mitfiebert, also wir kriegen hier eine sympathische Crew, ich hatte fast schon Parallelen zu Star Trek, also wir kennen, wir lernen so acht Crewmitglieder kennen, die so die Hauptrolle spielen, aber insgesamt sind da bei diesem Schiff so um die 100 Besatzungsmitglieder, die dann alle unter diesen Temperaturen quasi frieren oder auch dann wird gerätselt, ob sie vielleicht nicht an der Quecksilbervergiftung gestorben sind, weil diese Obstvorräte, die sie auf dieser Expedition mitnehmen, die sind halt relativ schnell aufgebraucht und dann kriegst du eine Zeit lang kein frisches Zeug und da waren sehr viele Konservendosen und da war man überlegt, man hat da vielleicht noch paar Leute Quecksilbervergiftung bekommen, haben da welche Skorbut bekommen, ich kannte diese Story ansatzweise schon aus der ersten Staffel von The Terror, weil da spielt dieses Schiff auch eine große Rolle, da ist es halt mehr so auf den Survival-Horror bezogen, mit so einer übernatürlichen Komponente, die hier eine wahre Story ist, natürlich nicht mit da rein fließt, aber ich denke mal, anders konnten sie diese Serie vielleicht nicht vermarkten und diese Expedition ging um ein Jahr und man merkt dann mit jedem Verlust, den sie durchleben müssen, dass sich die Situation zuspitzt, das gibt im zweiten Band sogar eine Situation, da merkt man, okay, die hätten jetzt umdrehen können, die merken schon, das ist nicht gut, aber man will den Pioniergeist entsprechen, man will entdecken und dadurch lotst unser Franklin das Ganze dann endgültig ins Verderben, das weiß man schon. Also eine Empfehlung? Das ist eine Empfehlung, ich fand auch, es gab immer wieder mal so Panels, da gab es dann Erklärungen, was diese Mission bewirkt, also man bekommt diese Tragweite dann durchaus auch zu spüren, wieso die das machen, wieso die so ein Selbstmordkommando begehen, wenn es früher öfter solche Comics gegeben hätte, ich hätte mich früher auch deutlich mehr für Geschichte interessiert, das kam jetzt erst nach und nach mit solchen Dingern, also wenn Geschichte öfter so aufbereitet wäre, wäre die PISA-Studie vielleicht nicht ganz so negativ. Das muss man generell mal sagen, genau, weil du hast es jetzt mehrfach angedeutet, das ist ein wahnsinnig auch informativer Comic, das kann man uneingeschränkt zu sagen, der erste Band ist ja auch ausgezeichnet worden mit so einem deutschen Jugendliteraturpreis oder sowas war das, glaube ich, das ist ein Comic, der hat auch wirklich vorne und hinten hat noch so ein bisschen ergänzendes Material dazu und das habe ich mir durchgelesen und ganz im Ernst, das lese ich mir nie durch, ich habe da nie Bock drauf, aber das war wirklich sehr interessant, generell, auch noch kurz, ich will jetzt keinen längeren Exkurs, aber die Christina Germann hat viele tolle interessante Projekte am Start, als aktuelle Dinge auch, guckt da mal, googelt die mal, da gibt es ganz tolle Dinge und auch wunderschöne Dinge von ihr, wie gesagt, und hier im Eisland ist sehr dicht erzählt, du bist ganz nah dran an den Figuren, du kannst über weite Strecken nachvollziehen, warum die ihre Entscheidungen treffen, wie sie die treffen, ja, wie ist da zum Beispiel einfach auch die Position dann von Vorgesetzten zur Crew, wenn die Crew quasi leitet und natürlich alles tut, um irgendwie jetzt hier zu überwintern, weil die überwintern ja im Winter, also das ist ja quasi in der Arktis, wo es schon kalt ist, wird es ja nochmal richtig kalt, wenn man da ein halbes Jahr oder was verbringen muss, wie macht man das, wie bricht man das Eis auf, wie bippert man sich kaputt, was macht man, um vielleicht auch mal jagen zu gehen, wenn man doch irgendwie einen Fuschenhasen essen möchte oder so, das ist alles ganz interessant, wie ist der Aufbau des Schiffs, wie eben die Geschichte mit den Konservendosen, was Patrick erzählt hatte, all das ist wahnsinnig informativ, also ich freue mich drauf, irgendwann den dritten Band zu lesen, hab da jetzt zwar jetzt, muss nicht sofort, aber es ist einfach auch so ein Band, beim zweiten war es definitiv so beim ersten weiß ich es nicht mehr oder genau andersrum, Patti kann das sagen, die hat die Dinger ja daheim, die hab ich mir von Christina selbst vor Ort gekauft irgendwo und unterzeichnen lassen und das würde ich beim dritten auch gern wieder machen, denn es hat mir jetzt nicht geschadet damals zwischen dem ersten und zweiten Band, da lag bestimmt zwei Jahre dazwischen und man kommt aber locker wieder rein, weil letztlich die sind halt im Eis und die Figuren erkennst du wieder und das ist alles echt absolut machbar und ja der Klimawandel hat jetzt natürlich auch dem Ganzen noch so einen gewissen Spin gegeben, die Schiffe galten nämlich lang als glaube ich auch verschollen oder so, aber man hat jetzt irgendeins der beiden Schiffe, wenn nicht sogar beide, aufgrund des Das war die MS Terror, die wurde 2016, soweit ich das gelesen habe, vollständig geborgen, dadurch hat man jetzt mehr Auskunft bekommen. Auf jeden Fall kann man jetzt dem Ganzen noch so einen apokalyptischen Endzeit-Klimawandel-Twist geben, wenn man das möchte in Band 4 oder so, der dann irgendwie, keine Ahnung, wie hunderte Jahre später spielt oder so. Bei mir hat sich halt auch so eine Szene eingebrannt, die fand ich schmerzhaft, da hat einer schon mit den Erfrierungen gekämpft, den mussten dann ein Bein amputiert werden, weil das schon nicht mehr brauchbar war. Im zweiten Band haben sich dann auch so diese Szenen, wo du merkst, verdammt, das wird unangenehm, die häufen sich da, diese Vorfälle und du denkst, ach nee, kehrt doch um, aber nee, die steuern weiter in den Tod. Das ist vor allem sehr spannend, weil ihr Zeichenstil sehr, ja, ein bisschen Mangamäßig hat, auch so ein bisschen so, so, könnte mir auch vorstellen, dass sie ein Kinderbuch illustriert, so ne, das ist halt so keine, kein Zeichenstil, wo ich mir denken würde, ja okay, so sehr Graphic, äh, Momente sind auf jeden Fall dabei, also das passt so für mich in meinem Kopf nicht so gut, aber ich hab auch, ähm, glaub ich, der Dschungel von ihr gelesen und auch Bloody Mary, das ist schon, also es ist schon seltsam, wenn das, äh, wenn solche Momente sind. Da sind so ein bisschen die Stirchen so herauf. Genau, ja. Ja. Also das ist halt, das ist halt sehr, also vor allem, also ich glaub der Dschungel und äh, Bloody Mary, da waren halt nicht so viele Szenen, glaub ich, mich zu erinnern, zumindest nicht so eine Szene, wir müssen jetzt ein Bein amputieren. Das ist auch nicht grafisch dargestellt, das spielt sich überwiegend im Kopf ab, aber man muss hier betonen, das war ihr, das war ihr Debütcomic und dafür hat sie direkt dann den Deutschen Jugendliteraturpreis 2016 bekommen für ihren Debütcomic, das ist schon mal eine Leistung, 2016 ist dann halt auch zeitgleich fast, als ob das einen Boost gegeben hätte, die MS Terror dann vollständig geborgen wurden. Das ist ein PR-Gag. Ich hab gleich mal noch nachgeschaut, weil mir eingefallen ist, also ich kenn die Comics nicht, ich hab die nicht gelesen, ähm, aber ich hatte so im Hinterkopf noch, dass ein, dass es einen anderen deutschen Comic gibt, der, der auch irgendwie so in den, in den, Polen spielt und hab dann nochmal nachgeguckt und zwar, ähm, Packeis von Simon Schwarz, der ist 2012 rausgekommen, hat auch Max und Moritz Preis gekriegt und wenn wir schon so bei, bei historischen Comics sind und hier geht es, das ist bei Avant, ich lese mal kurz die Inhaltsangabe bei Avant vor, wer war Matthew Hanson? Als erster Mensch erreichte er 1909 den Nordpol und wurde Teil der Sagenwelt der Inuit, als der Mann, der den Teufel besiegte, doch der verdiente Rom blieb ihm verwehrt, denn Matthew Hanson war schwarz. Ähm, auch den Comic hab ich leider nicht gelesen, aber ich fand den damals schon interessant, äh, als der rauskam, ähm, kam dann irgendwie nicht dazu, aber vielleicht bildet der ein gutes Double Feature zu. Ah ja, der Andi hat ihn gerade hergezückt, äh, hast du ihn gelesen oder hast du ihn nur da? Aber hallo, den hab ich, nein, den hab ich gelesen auch schon vor einiger Zeit, der war so ein richtiger Buchhandelskauf, das ist so ein, aber typisch übrigens auch Simon Schwarz, den ich persönlich auch schon kennenlernen durfte, der ist glaube ich sogar gebürziger Erfurter, also verbindet total viel, ähm, der veröffentlicht wahnsinnig viel beim Avant Verlag, hat einen ganz eigenen Stil, ist ein toller Comic, ist ja deshalb interessant, weil eben da klar wird, dass vielleicht nicht der erste Mensch am Nordpol derjenige war, der der erste Mensch am Nordpol war und macht Spaß, wie gesagt, Buchhandel gekauft und kann ich empfehlen, hab ich nämlich mal kurz rezensiert in irgendeiner Jubiläumsausgabe der Kollegen von Yeah Comics, die haben so Einspieler gesammelt für irgendeine Jubiläumsausgabe und da hab ich innerhalb von drei, vier, fünf Minuten sehr auseinandergestückelt und professionell diesen Comic rezensiert. Cool. Gut, also wer deutsche Comics im Eis mag, er hat jetzt halt zwei Empfehlungen, ähm, denen er nachgehen kann oder sie. Cool, dann mach ich weiter und wir sprechen über Gung Ho, die Comic-Reihe bei CrossCult. Fünf Bände erschienen von 2013 bis 2021, alle zwei Jahre ist ein Wand in Deutschland erschienen. Die Bände haben 84 Seiten, der letzte hat 104 Seiten, der ist ein bisschen länger ausgefallen. Die Zeichnungen sind von Thomas von Kummert und der Text von Benjamin von Eckertsberg. Es ist wahrscheinlich für die meisten eine Reihe, von der sie zumindest mal gehört haben oder sie vielleicht auch sogar gelesen haben. Ähm, ich glaube, sie hat ein bisschen eine Welle gemacht, als der erste Band damals erschien, weil es ein Abenteuercomic von einem deutschen Künstlerteam war, auf einem extrem hohen, vor allem grafischen, Niveau. Etwas, worüber ich immer wieder ja spreche, dass ich da irgendwie nicht genug von sehe. Die hohe zeichnische Qualität im deutschen Abenteuercomic, jetzt muss man hier dazu sagen, diese Reihe ist zunächst auf dem französischen Markt erschienen, also keine deutsche Eigenproduktion in dem Sinne und in Frankreich sind, ist das Ganze in zehn Bänden erschienen, also bei uns wurden die dann immer in Doppelbänden quasi rausgebracht. Ich glaube, in Frankreich ist es dann auch wirklich jährlich ein halber Band erschienen, beziehungsweise ein kürzerer Band. Ähm, ich war damals, als ich dann eben reingeblättert habe, tatsächlich erst mal zeichnerisch sehr angetan, und habe es dann auch gelesen und das war einfach eine, jetzt nicht eine super innovative Abenteuergeschichte, aber auf jeden Fall eine sehr gut erzählte Abenteuergeschichte. Es geht um, ähm, zwei Brüder, Zack und Archer, die in einer Welt leben, die, ja, es ist, Postapokalypse ist vielleicht nicht der richtige, nicht der richtige Begriff dafür, aber die Menschheit ist in so gewisse Lager und Städte zurückgedrängt und es gibt, ähm, ja, Monster, die, die die Welt überrannt haben und die Menschen eben, äh, dazu gezwungen haben, sich zu verbarrikadieren und sich zurückzuziehen, was natürlich auch die Versorgungslage etwas schwierig macht und diese beiden, zwei, diese beiden Jungs kommen in eines dieser Lager, weil sie sonst nirgendwo mehr unterkommen, kommen aus dem Waisenhaus, äh, sind aber nirgendwo klargekommen, niemand kommt mit ihnen zurecht und jetzt werden sie auf dieses, in dieses Lager da abgeschoben, wo sie sich an bestimmte Regeln halten sollen und das natürlich mehr oder minder gut machen, das Ganze ist so eine Teenager-Geschichte, es gibt natürlich eine Gruppe von, äh, weiteren Teenagern in diesem Lager, mit denen sie sich anfreunden oder auch nicht anfreunden, äh, rivalisieren, ähm, und dann ist immer diese Bedrohung durch diese Monster da, also es geht also um den, den Freigeist von Teenagern, den Ausbruch von Teenagern in einer Welt, in der es, äh, tödlich enden kann, äh, wenn man aus den, aus den Regeln Ausbruch, dann geht es um Machtmissbrauch, äh, der, der Erwachsenen, die, die Herrschaft über die, ähm, über das Proviant haben und sämtliche Rationen, ähm, die ihre Lage ausnutzen, ähm, auch bei den jungen Menschen, ähm, und ja, das Ganze eben über fünf Bände in einer großen Geschichte erzählt, ähm, abgeschlossen und ich finde es eine, ziemlich gute Leistung, das jetzt dann auch wirklich über diese, äh, Zeit hinweg, diese fünf Bände, diese Geschichte so erzählt zu haben von, ähm, von den beiden Hauptverantwortlichen, äh, ich hatte damit viel Spaß, ich hab die ersten drei Bände, ja, gelesen, als sie rauskamen wahrscheinlich jeweils, ähm, als der vierte Band rauskam, war ich nicht in Deutschland, deswegen hatte ich den erstmal ausgelassen gehabt und hab mir den dann dieses Jahr irgendwann erst gekauft und dann stand der fünfte Band aber auch schon fast ums Eck rum, deswegen hab ich den vierten Band dann erstmal nicht gelesen und hab jetzt in der Vorbereitung für diese Folge eben die ersten drei Bände nochmal gelesen und vier und fünfern direkt hinterher gelesen, also ziemlich kompakt jetzt hat die gesamte Geschichte, ähm, aufgenommen und natürlich dann auch nochmal so ein bisschen tiefer hingeschaut und auf verschiedene Sachen geachtet, ich find, hier werden vor allem grafisch extrem spannende Sachen gemacht, ähm, meine Frau konnte mit den Comics nie was anfangen, die haben immer die Outlines gefehlt, er hat immer gesagt, wenn sie sich die Bilder anschaut, sie hätte da gern irgendwie noch Outlines um die Figuren rum, ähm, es ist sehr farbig, also es ist sehr, sehr, hm, ein, ein Stil, der sehr von der Farbe auch lebt und auch eine, eine tolle Koloration auch hat und es ist ein sehr filmisch inspiriertes Erzählen, das hier in den Panels stattfindet, also man kann direkt schon beim ersten Band, wenn man sich die ersten Bilder anschaut, kann man tatsächlich so Kamerafahrten auch entdecken und man merkt dem Comic auch schnell an, dass hier, ähm, es wird quasi sogar eine Kamera eingesetzt, also der Comic im Bild hat Lensflair und Lensflair ist etwas, was in einer Filmkamera passiert, wenn das Licht von vorne ins Objektiv strahlt und dann diese farbigen Sprenkel im Bild auftauchen, weil sich das Licht in der, in der Linse des Objektivs spiegelt, das ist nichts, was im menschlichen Auge passiert, das heißt, es ergibt überhaupt keinen Sinn, das in der Zeichnung umzusetzen, weil es nur in einer Filmkamera passiert, aber hier wird es benutzt als erzählerisches oder als Stilmittel, als bildliches Stilmittel immer wieder durch alle fünf Bände hinweg, also wird auch durchgezogen, dass es dieses Lensflair gibt, dass eine gewisse Stimmung eben einfach auch erzeugt, ich habe mich da mit meinem Buchhändler darüber unterhalten, der jetzt auch gerade aktuell gelesen hat und der sagte auch, ja, ihm hat das quasi so das Flirren in der Sommerhitze irgendwie so ein bisschen symbolisiert oder so, also das ist, würde ich auch sagen, das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Mittel, weil es macht zeichnerisch eigentlich überhaupt keinen Sinn, also das hat da nichts verloren, das ist eigentlich vollkommener Quatsch, das ist ja auch im Film hoch umstritten, also ein Freund von mir hat immer gesagt, Lensflair ist ganz schlimm, weil das die Künstlichkeit des Films verdeutlicht und die Immersion verhindert, ich mag Lensflair ganz gerne, ich finde einfach ein hübsches, stilistisches, bildliches Mittel, aber das ist eins dieser Mittel, die man hier also so sehen kann, es gibt auch ein Panel im vierten Band war das glaube ich, wo dann auch wirklich so eine optische Krümmung stattfindet, was man auch nicht so so häufig sieht und was auch ein so filmisches Ding ist, also das merkt man dem Comic sehr, sehr stark an, so der filmische Einfluss aufs Erzählen und auch auf die bildliche Gestaltung, auch dieser Comic kommt eigentlich nur mit Dialogen aus, es gibt soweit keine Erzähltexte, keine Beschreibungen oder ähnliches, es wird sehr, sehr flüssig erzählt und ja, wie gesagt, eigentlich eine flotte Abenteuergeschichte, wie man sie wahrscheinlich in anderen Geschichten und anderen Medien ähnlich auch schon mal gesehen hat, aber auf jeden Fall ein Comic auf durchaus hohem Niveau. Ich war etwas verwirrt, als ich dann Band 4 angefangen habe, ab Band 4 ist plötzlich das Lettering viel größer als in den ersten drei Bänden, also Band 4 und 5 haben deutlich größere Buchstaben in den Sprechblasen, als es die ersten drei Bände haben, mir ist nicht direkt aufgegangen, was der Gedanke dahinter ist, das zu ändern, ob bei Band 4 irgendwer gesagt hat, weiß nicht, muss lesbarer werden, das andere war zu klein, wir haben Beschwerden, kein Plan, mir ist es einfach nur aufgefallen, dass die Buchstaben größer sind und ja. Da hätte ich auch eine Theorie, ab dem vierten Band wird die Stimmung ein bisschen aggressiver, vielleicht sollen dann diese größeren Buchstaben so diese Gereiztheit darstellen, aber ach, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Werfen wir das mal als Möglichkeit in den Raum. Ich bin tatsächlich in Band 4 bin ich über ein paar Sachen gestolpert, die ich nicht elegant fand oder auch auch unlogisch fand, es gibt eine Panel-Folge, die mir nicht aufgeht, die für mich keinen Sinn ergibt, da schauen, also ich glaube, dass sich da zwei Menschen böse Blicke zuwerfen sollen, innerhalb von zwei Panels, also man sieht einmal eine weibliche Figur, einmal eine männliche Figur in zwei Panels jeweils und ich glaube, die sollen sich gerimmig anschauen, sie schauen aber beide nach links, also sie können sich gar nicht anschauen, also sie gucken beide in die gleiche Richtung. Keine Ahnung, was das soll, also mir ist es nicht aufgegangen, ich habe mich lange mit dieser Panel-Sequenz beschäftigt und versucht rauszufinden, was mir das sagen soll. In dem Panel davor sieht man auch die ganze Situation aus dem Frontalblick, wo man auch sieht, wie die Figuren nebeneinander, zueinander stehen und es gibt, die gucken beide nach links, links ist aber nichts, da ist eine Mauer, also ich weiß nicht, was sie da tun, das hat mich verwirrt und dann gibt es noch so eine andere Sequenz, die ich nicht ganz elegant fand, aber das sind dann so kleine Rausstecher gewesen, über die ich ein bisschen gestolpert bin. Insgesamt, wie gesagt, finde ich es eine sehr lesenswerte Sache, ich bin sehr gespannt, was Kummer und Eckertsberg jeweils, also ich weiß ja nicht, ob sie zusammen weiterarbeiten werden, außer dass sie jetzt demnächst eine Batman-Geschichte rausbringen, im September kommt so ein Batman-Sammelband raus, mit Kurzgeschichten von verschiedenen Teams aus verschiedensten Ländern der Welt, ich weiß, Kim Jong-Jee aus Korea ist da mit dabei und eben auch jedes Gang-Ho-Team als deutsche Vertreter, also da werden sie eine Batman-Geschichte zusammen machen, bin gespannt, was sie danach machen werden, ich halte das auf jeden Fall aus den letzten Jahren für eines der wenigen Beispiele an deutschem Abenteuercomic, auch wenn es zuerst in Frankreich erschienen ist, auf diesem hohen Produktionsniveau und grafischem Niveau, allein deswegen würde ich sagen, ist es einen Blick wert, wenn man eben einen Spaß an solchen Abenteuergeschichten auch hat. Patrick, du hast es jetzt auch gelesen, soweit ich weiß, in Vorbereitung für diese Folge. Richtig. War es das erste Mal oder hattest du es vorher schon mal gelesen? Also den ersten Band, den hatte ich vor Jahren schon gelesen und dann hat so ein bisschen die Zeit gefehlt, aber ich habe dann den Cast so als Anlass gesehen, habe mir das nochmal alles aufgefrischt, also als ich zur Impfung mit dem Zug gefahren bin, habe ich quasi die ersten Drei-Bände gelesen, also die lesen sich echt recht kurzweilig und auch filmisch, also man merkt dann direkt bei den Verfolgungsjagden, ja, da hast du irgendwie gefühlt echt immer eine Kamera, die mitschwingt. Dadurch, dass unsere beiden Brüder quasi die Fish-Out-of-Water sind, kriegst du halt immer schön, ohne dass es aufgesetzt wird, immer wieder so Exposition rein und wir erfahren von diesen, wir erfahren, dass die beiden halt so ein bisschen schon vorgestraft sind, das ist quasi die letzte Chance in diesem Camp, bevor man die beiden in die grausame Natur, der grausamen Natur übergeben würde. Wir haben dann auch Intrigen, was ich schön fand, dass bei manchen Charakteren dann, obwohl sie so Klischee-Charaktere waren, dann doch so ein bisschen was wie Graustufen geherrscht haben, zumindest ansatzweise. Zum Ende hin wurde das dann halt deutlich konventioneller, ich will jetzt nicht spoilern, aber in Band 5 gab es fast so was wie so einen Endboss-Kampf, wo ich gedacht habe, ach schade, das hat für mich so diesen Dystopie-Gedanken so ein bisschen ad absurdum geführt, weil bis dahin war das wirklich so ein Dystopie-Comic mit Beach, ja mit Strandfeeling, also mit so einem angenehmen Sommergefühl, das man jetzt durch die Pandemie so ein bisschen vermisst hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir auch nicht ganz sicher, was ich von dem Abschlussband halte, ich dachte mir dann auch so, das ist so, jetzt müsste ich wahrscheinlich nochmal von vorne alles lesen mit dem Wissen, wo es dann enden würde, um es dann nochmal neu beurteilen zu können. Ich bin jetzt auch nicht super begeistert aus dem letzten Band rausgegangen, also mir sind auch so ein paar Figurenentwicklungen nicht ganz klar gewesen, es gibt so diese rivalisierende Jugendgang, mit der man sich zwischendurch mal ein bisschen verbündet und dann aber auch eben wieder nicht und das wirkte mir im ersten Moment ein bisschen sprunghaft, wieder so die Allianzen sich verändern, aber wie gesagt, das ist dann der Moment, wo ich dachte, jetzt müsste ich es nochmal komplett lesen, um zu sehen, ob sich das logisch ergibt oder ob das vielleicht doch ein bisschen sprunghaft ist, aber ja, also das würde ich so bestätigen, es war kein schlechter Abschluss, aber es war auch so ein bisschen so, hat mich im ersten Moment nicht komplett umgehauen, sondern hat so ein bisschen so eine Frage auch hinterlassen, so war das jetzt halt richtig gut oder war das mehr so okay oder hundertprozentig überzeugt, war ich da auch von meiner eigenen Meinung noch nicht so richtig am Ende. Ja, aber da bin ich ganz bei dir, Band 1 bis 3 wirkten halt wirklich wie aus einem Guss und dann ab Band 4 kommt es irgendwie gefühlt für mich auch so ein bisschen ins Straucheln und ich habe beim letzten Band auch nicht das Gefühl, dass er abgeschlossen ist, sondern eher, das ist jetzt so der Ende von Staffel 1, also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie daraus dann eine längere Serie machen wollten, weil da bleiben noch sehr viele Fragen offen, im Prinzip könnte man da jetzt einen zweiten Run starten mit der Ausgangssituation, die der letzte Band quasi ergibt und das fand ich dann auch ein Stück weit schade, weil man bis dahin dachte, das ist in fünf Bänden abgeschlossen. Naja gut, ich meine das ist jetzt natürlich für Dystopien jetzt nicht super ungewöhnlich, ein relativ offenes Ende zu haben, also es sterben ja auch viele Figuren im Laufe der Zeit, es ist zwischendurch auch ein recht brutaler Comic und am Ende bleibt halt eine gewisse Gruppe über und es bleibt eine gewisse Situation über, aber die Welt an sich hat sie natürlich nicht verändert, also die Monster sind immer noch da, die Gefahr ist immer noch da und das alles komplett aufzulösen, wäre dann wahrscheinlich auch zu viel gewesen, also wenn man jetzt an Mad Max oder so zurückdenkt, also gerade der zweite Teil, das ist jetzt auch kein Film, der jetzt irgendwie im Paradies endet oder so, aber ich sehe, was du meinst, also man hat schon auch das Gefühl, dass nicht jede Figur auch wirklich zu Ende erzählt ist, also für manche Figuren hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, da werden Themen aufgemacht, die nicht so richtig konsequent zu Ende geführt werden, wo ich mich dann auch zwischendurch auch immer gefragt habe, wie war der Plan, also wie genau wurde zum Ende hin geplant oder sind zwischendurch vielleicht einfach doch mal auch so Aspekte und charakterliche Eigenschaften aufgemacht worden, um sie dann vielleicht wieder aufzugreifen, aber man hat sie dann nicht mehr so richtig aufgegriffen, also das würde mal noch einer tieferen Analyse wahrscheinlich bedürfen, aber ja, insgesamt finde ich es trotzdem weiterhin lesenswert und wahrscheinlich auch wieder lesenswert, also ich glaube, da ist auch viel zu entdecken, auch wenn man sich mal mit der Bildsprache auch beschäftigt, ist das echt nicht verkehrt. Nina, hast du von Gang Ho was gelesen? Noch nicht, aber ich habe in meinem anderen Podcast mit einer Freundin geredet, die das gelesen, die den ersten Band, glaube ich, gelesen hat und sie war komplett enttäuscht von dem ersten Band, sie meinte, die Figuren wären halt sehr klischeehaft geschrieben, vor allem diese Jugendsprache, die sie benutzen, wäre wohl nicht so ihrs gewesen, aber ich finde, der Zeichenziel ist so wunderbar, also gleichzeitig so mega digital, aber dann auch so nicht so greifbar, ich glaube, der Comic ist komplett digital auch gezeichnet, aber das sieht man, aber gleichzeitig hat das auch ein bisschen was Hand gemacht ist, finde ich. Das ist sehr seltsam, aber positiv seltsam. Es kommt schon malerisch daher, also ich bin ja auch kein Freund von Comics, denen man ihre Digitalität so extrem ansieht und ich finde auch, dass Thomas von Kummert da einen Stil gefunden hat, der trotzdem auch irgendwie organisch rüberkommt und nicht komplett digital aussieht, auch wenn man dem Comic durchaus ansieht, dass das, was er da so zeichnerisch schafft, dass das eigentlich nur digital gemacht sein worden kann. Ich hatte zwischendurch auch beim letzten Band, hatte ich so beim Paarpanels mal irgendwie so das Gefühl, dass es mir ein bisschen zu digital durchkommt, also dass es teilweise auch schon so nach 3D-Rastern irgendwie aussah. Ich habe jetzt vorhin beim Durchblättern diesen Eindruck jetzt nicht nochmal bestätigt gesehen, aber beim ersten Lesen hatte ich echt so beim Paarpanels das Gefühl, ob ihm da irgendwie die Zeit ausgegangen ist, um es hübsch zu machen. Und ob er da jetzt irgendwie eine Leiter irgendwie als 3D-Objekt irgendwie eingebaut hat und das nicht richtig vertuscht oder so, aber auch wie gesagt, hier, da müsste ich dann wirklich das alles nochmal genauer anschauen. Andi, du und Gangho, seid ihr schon aneinander vorbeigekommen? Kann man so sagen, ja. Ich habe die beiden Jungs nämlich interviewt, und zwar ganz ausgiebig, auch in München beim Comic-Festival. In Vorbereitung für dieses Festival habe ich mir damals in Band 4 mal angeguckt. Und was ihr jetzt mit dem Artwork beschreibt, also ein ganz großes, finde ich herausstechendes Ding, und das ist das, was du mit dem Lensflare irgendwie vielleicht auch meins, ist ja das Licht. Er arbeitet in diesem Artwork ganz viel mit Licht. Das Licht durchflutet, wo ist Licht, wo ist keins. Selten ist mir das beim Artwork so aufgefallen, wie sehr mit Licht gearbeitet wird. Und ich würde dem Grunde nachher auch die Aufzeichnung dieses Interviews, was es beim Telestatustion gibt, empfehlen. Aber ganz ehrlich, es klingt total schlecht. Das kann man sich eigentlich nicht geben. Was ich im Gegensatz empfehlen kann, ist den YouTube-Panal I am Nerd. Der junge Mann, glaube ich Stefan oder so heißt der, der hat jetzt seit neuestem auch vermehrt Interviews mit eben Vertretern der deutschen Comicszene und da gibt es vor einem Monat ein recht ausgiebigstes Interview mit Benjamin von Eckertshausen und Thomas von Kumant. Eckertsberg. Eckerts, Eckertshausen habe ich gesagt, ne? Ja, nee. Eckertsberg und Thomas von Kumant und die beiden stehen ihm Rede und Antwort eben auch zum aktuellen Band, und dann zur Frage auch, steht ihr zum Beispiel einer filmischen Umsetzung im Weg? Das war auch bei Band 4, habe ich das schon in den Raum geworfen, ob man das Ganze nicht irgendwie auch als eine Netflix-Serie oder so bringen könnte. Gerade so Young Adult Kram funktioniert gerade sehr gut, wäre durchaus eine Vorlage im Zusammenhang mit der Inside Apokalypse gedönst, was funktionieren könnte. Tolles Gespräch, was es da bei dem Kollegen von I am Nerd gibt. Hört da mal rein, wie gesagt, als Bonusfeature zum Nachhören oder Einschlafen dann auch gerne die Ausgabe beim Tele-Stammtisch. Und das kann ich dazu beitragen. Die Jungs sind ja zwei Münchner, die viel zusammenarbeiten. Jetzt wie gesagt auch das Batman-Ding, was du angesprochen hast. Das nächste Projekt wird wohl erst mal getrennt stattfinden, aber es entsteht komplett digital. Es steckt ein großes Konzept dahinter, wie ich so aus den Interviews rausnehme. Also das ist schon ja einfach sehr viel. Die haben sich sehr viele Gedanken gemacht zu dem, was sie da präsentieren. Aber zum Thema, warum die Buchstaben es plötzlich größer sind, fiel da auch kein Wort. Ich würde sagen, bei der Film- oder Serienumsetzung wird sich fast schon direkt der J.J. Abrams anbietet, bei dem ist ja Lens Flair quasi als immer der Hauptdarsteller. Das ist der, den er in jedem Film mitnimmt, der Lens Flair. Das ist eines dieser Themen, die mir auf ewig ein Rätsel bleiben werden, warum alle auf J.J. Abrams und Lens Flair so rumhacken, als ob er das erfunden hätte, als ob er der Einzige wäre, der mit Lens Flair arbeitet und alle hassen Lens Flair bei J.J. Abrams. Weil es ja bei Star Trek so extrem rausgestochen ist. Ja. Ja, oder bei dem Total Recoil Remake, da gibt es halt Sachen, da reflektiert es, obwohl es keine Reflektionsfläche gibt. Da hat er jetzt Abrams nichts mit zu tun und manchmal geht es auch eben nicht um Logik. Wie gesagt, Lens Flair im Comic hat er auch nichts verloren. Also das ist auch nicht logisch. Also das, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn und trotzdem passt es da rein. Ja. Naja, okay, gut. Das war es mit Gang Ho, das war es mit all unseren Comics. Ich glaube, da war wieder ein breites Spektrum mit dabei und fast ausschließlich Empfehlungen, vor allem natürlich die besonders starken Empfehlungen der Comics, die Nina vorgestellt hat. Nina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen und ein paar Comics vorzustellen. Gerne, gerne. Wir empfehlen, wie gesagt, allen da nochmal sich bei Ninas anderen Projekten kundig zu machen, den Kunststoff anzuhören, alles in den Shownotes. Andi, wolltest du gerade nur irgendwas sagen oder wolltest du nur bestätigen? Sowieso. Ich habe einfach eine Liste von drei Punkten, auf die ich hinweisen möchte. Im Rahmen der Abmoderation. Zum einen auf das verdammt gute Interview, das du geführt hast, zusammen mit dem Breedstorm, mit dem Ingo Röbling. Du hast es schon angedeutet, aber wir haben es einfach noch nicht zelebriert hier so ganz doll. Es ist schon echt ein cooles Gespräch, wo ihr natürlich auch eine Handvoll Fragen stellt, die man in so einem KünstlerInnen-Gespräch führen, also fragen muss. Ja, hier, was machst du eigentlich? Wie bist du eigentlich? Erzähl mal und so. Aber letztlich habt ihr ganz viele tolle Punkte, die, glaube ich, in keinem anderen Interview so in der Form nochmal gefragt worden sind. Also wirklich ganz tolle Empfehlung, wenn ihr noch nicht die Gelegenheit genutzt habt, euch das KünstlerInnen-Gespräch mit dem Ingo Röbling anzuhören, das ist wirklich gut geworden und eben die Ausgabe hier vor dieser Ausgabe in eurem Podcatcher. Kurz noch der Hinweis, aber das ist immer so ein Ding, wenn ihr die Cookies schon seit einer halben Ewigkeit hört und vielleicht in eurem Podcatcher habt, dann schaut doch mal nach dem RSS-Feed, der ändert sich immer, hat sich irgendwie quasi geändert mit dem Comeback. Guckt doch einfach mal, ob ihr die Cookies quasi nochmal neu edit mit dem aktuellen RSS-Feed, der ist leicht anders, das als Hinweis. Wollt es passieren könnte, dass der alte Feed irgendwann wegfällt, deswegen nochmal, schaut mal, dass ihr den aktuellen Feed drin habt. Der alte wird nämlich auf den neuen bereits umgelinkt und das ist ein technischer Hinweis und ich bringe immer den Hinweis zu unserer Signal, unserer Telegram-Gruppe, bei der es tollen, unmittelbaren Austausch mit Menschen gibt, die auch jede Menge Comics lesen und gelesen haben. Das ist im Regelfall ein sehr angenehmer Austausch, sehr informativ und vor allem finde ich es sehr viel unmittelbarer als zum Beispiel bei so einem Discord-Server oder so, wo es irgendwie, finde ich, noch ein bisschen was anderes ist, wo es zum Beispiel auch keine Sprachnachrichten gibt oder so. Wer auch exklusive Einblicke in die Comic-Cookies bekommen möchte, der ist in diesen Gruppen sehr gut aufgehoben. Wir sind eine kleine, aber feine Gruppe und im Regelfall haben wir uns alle ganz doll lieb. Ja, da kann ich noch eine kleine Ergänzung hinzufügen. Seit kurzem hat sich in die Telegram-Gruppe auch der Gordon eingeklinkt und hat da seinen neuen Comic die Interstellar-Insekts vorgestellt, wo er mich halt auch mehr oder weniger als Nebendarsteller mitverwurstet hat und auch den Andi oder den Leger-Legende. Also bei Interstellar-Insekts packen wir vielleicht noch in die Shownotes. Da findet ihr einige altbekannte Cookies oder sonstige Leute auch wieder in abgewandelter Insektenform wieder. Das ist richtig. Okay, dann waren das die Hinweise für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an meine MitstreiterInnen hier für alle eure Empfehlungen und für euer Engagement. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von den Comic-Cookies. Macht's gut bis dahin. Adieu. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.